zeitlich startend. Und die Wahl, sechstens, Wahl der Wahlkreisbewerber, ist der Bezirkstagswahl analog und auch zeitlich startend. Genau, das wäre so der Vorschlag, den wir machen würden, also das ineinander verschachtelt zu machen. Genau, wir müssen dann einmal die Tagesordnung für die Landtagswahl abstimmen und dann einmal die entsprechende Abfolge für die Bezirkstagswahl. Nur zur Erklärung an den Punkt noch, die Begrifflichkeiten ist einer der Wahlkreisbewerbe. Der Wahlkreisbewerbe, das sind die Leute, die kein Direktmarat haben, also noch nicht genuin auf der Liste sind. Das sind ja alle Direktmaratbewerber, die schon drauf sind. Es mag Leute geben, die noch drauf wollen, ohne einen Direktwahlkreis zu haben. Nur so mal zur Erklärung. Und da fragt die Versammlung, wollen wir es ineinander verschachtelt machen? Ja oder nein? Nein. Okay, dann fahre ich sofort. Bestimmt, genau. Feststellende Ordnungsgemäßigkeit der Einladung der Stimmberechtigung. Ich stelle fest, dass zu dieser Versammlung vormfristgerecht eingeladen wurde. Gibt es dazu Widerspruch? Das sind jetzt die roten Karten. Okay, es gibt keinen Widerspruch dazu. Dann kommt zum Nächsten hoch. Ich stelle fest, dass... Ich frage die Akkreditierung. So rum. Dann kurz die Akkreditierung. Fragen Sie sehen A, wie wir es berechnen können und B, ob alles okay ist. Dann kann man zwischen reinmachen. Dann frage ich die Versammlung. Wollt ihr A, Gäste zulassen. B, die den Zuständen aus Bild- und Mod-Aufnahmen machen, wo insbesondere gestreamt wird. Und wollt ihr Gästen Fragen zulassen? Ich sehe, dass er es näher hat. Dann raten wir noch kurz jetzt die Akkreditierung und sagen, wie viele Leute da sind und ob die stimmberechtigt sind. Ja, also mit der Karten die Akkreditierung. Das war ich. Dann war es nicht ganz gut. Dann war ich noch mit. Ich werde auch noch mit. Ich habe diese Akkreditierung. Ich werde mich auf den Karten. Wir haben 48 akkreditierte Piraten, deren Stimmberechtigen durch die Akkreditierung festgestellt wurde, von daher stelle ich auch ich fest, dass alle diese 48 Piraten alphabetisch sind. Entweder B oder Alphabetisch. Also wir haben jetzt drei Vorschläge im Raum stehen. Einmal diese Festlegung über die gesamte Liste zu erprobieren. Der zweite Vorschlag, den ersten Platz wählen. Zwei bis fünf erprobieren, den Rest erprobieren. Und den Vorschlag, auf die Wahl zu verzichten. Ich möchte Herrn Lüste heran schließen, nur die ersten drei direktwahlen und da ist alles erprobiert. Und dann haben wir den vierten Vorschlag, die ersten drei direktwahlen und den Rest zu erprobieren. Ich möchte eigentlich diesen Vorschlag hier unterstützen, der hier zu sehen ist. Ich möchte mit dem Gehen, dass wir nicht bei dieser Wahl, aber wenn wir das generell anwenden wollen, aufpassen müssen, weil wir mehr Kandidaten bekommen können mit dem Atomrechten als der Wahl. Gibt es noch weitere Wortbeiträge? Dann kommen wir zur Abstimmung. Dann machen wir das klassische Abstimmungsverfahren, wie wir es in den Piratenveranstaltungen immer anhaben. Wir erprobieren jetzt die drei Vorschläge, die vier Vorschläge, die wir haben. Wir haben Vorschlag eins, wie er in der Wandel ist. Wir haben Vorschlag zwei, der sagt, den ersten direkt wählen, eins bis fünf, zwei bis fünf direkt erproben, Rest erproben. Wir haben Vorschlag drei, auf die Wahl zu verzichten, also auf die Reihen zu verzichten, was geht nach dem Gesetz. Und wir haben drittens, und wir haben den vierten Vorschlag, die ersten drei, die die ersten drei direkt wählen und dann den Rest erproben. Dann frage ich, wer möchte am liebsten über, also jetzt könnt ihr euch bei jeder Abstimmung melden, und es werden am Ende die beiden gegeneinander abgestimmt, die jetzt die meiste Zustimmung bekommen haben. Wer möchte gerne über diesen Vorschlag abstimmen? 22, nein, 24, 24, also das sind 24 dafür. Wer möchte gerne über den Vorschlag ersten direkt mal zwei bis fünf direkt in Rest erproben abstimmen? Ich muss mich rauskicken, das muss ich alles nochmal neu machen. Okay, aber ich habe kein Audio. Selbstverständlich, dann warten wir kurz, bis die Leute von der Auge da sind. Passt aber, der treibt auch anscheinend. Er sagt mal, digitale Audio-Schnittstelle. Er kann es ja nicht mehr kommen, es kommen keine Signale auf. Also nur zur Inkubation für die gute Zeit, es sind ja leider nicht so viele konkurrenten, die wir haben. Er sagt aber zwei Digitale. Ich kann allerdings auch die zwei Grappers. Nein, ich wollte nur sagen, wir können jetzt ruhig kurz warten, bis die fertig sind. Ich nutze die Zeit nochmal, die Kandidaten, die haben losgezogen, das haben die meisten nicht gemacht, aber ihr müsst euch ja noch eintragen lassen. Haben das alle gemacht. Also die Leute, die jetzt ein Losgezogen haben und man nicht auf der Liste stehen. Nein, das sind sie nicht, die Kripper. Das sind die Kripper. Das sind die Kripper. Das sind die Kripper, das sind die Kripper. Das habe ich entschuldigt, aber das soll da nicht sein. Nein, das ist es. Nein, das ist es. Ich steck mal schnell aus. Wer jetzt halt vergisst, sich vorne einzutragen, der erscheint halb später nicht auf der Folie ist. Die Frage aus dem Publikum, ob wir einen Wahlleiter haben, weil aus dem Landeswahleiter sieht das nicht vor, sondern überweist die Aufgabe dem Sammlungsleiter zu. Das heißt, darum haben wir auch eben zwei gewählt, weil es ja parallel laufen soll. Das heißt, ich werde die Landtagsliste rauszählen und nicht die Bezirkswahl. Dann kann es eben schön parallel machen. Das war kein Punkt genug. Der erste Punkt, wir haben ja nur abgestimmt, ob die Folie des heutigen Tagesordnung zusammengelegt wird. Wir haben aber eigentlich nicht darüber abgestimmt, ob sie so in Ordnung ist. Richtig. Und dann zweitens, auch um die Schritte, ja da haben wir noch nicht gewählt, wurde ja einer vorgeschlagen, aber da wurden noch nicht gewählt. Ich wurde vorgeschlagen, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben, dass wir das kurz machen. Nein, es wurde gesagt, der Künstler hat mich nicht abgestimmt. Dann ist das natürlich ein Fehler von dir. Dave, bitte noch mal aufstehen, sich einen Applaus abholen, dass das war für die Frage. Ja, ich bin bitte mit dir. Jetzt muss ich abstimmen. Ja, doch, ich glaube, dass wir mehr haben. Und, was sagt er? Ich lasse gar nicht schon sehen. Dann möchte ich jetzt einmal über die, erinnert ihr euch noch an die Tagesordnung, die ich vorgelesen habe? Oder soll ich sie nochmal vorlesen? Okay. Wollen wir die Tagesordnung, wie sie vorhin vorgeschlagen war, für die Landtagsaufstellung haben? Wollen wir die entsprechende, ebenfalls erein verwurftete Tagesordnung zur Rückstagsaufstellung haben? Damit sei mein Kommandum wie getan. Es wird noch akkreditiert. Es kommen tatsächlich noch Langschleifer. Was sonst? Einen wundervollen guten Morgen, Kinder des Landes. Einen wundervollen guten Morgen, Kinder des Landes. Wir können weitermachen, es sind alle, die gelost haben, herinnen. Es wird nur noch akkreditiert, wer zur Schweiz kommt, da nebenher ich kann. Ja, es wird schon, dass wir akkreditieren. Wenn ihr gleich soweit seid, dann kommt ihr jemanden zu uns rein, dass ihr mitstimmen könnt. Ich persönlich möchte gerne eine Vorstellung. Auf den ganzen Händen, wundervoll, guten Morgen. Gut, dann nochmal zu der Fragestellung, die wir vorhatten. Ich wiederhole es nochmal, wir haben vier unterschiedliche Wahlmodus vorgeschlagen. Einmal nehmen wir vier, alles erprobeln. Wir haben den zweiten Wahlmodus. Erst wählen, zweites fünft, erprobeln, Rest erprobeln. Wir haben den vorgeschlagenen Wahlmodus, auf die Wahl zu verzichten und die dann vorgeschlagene alphabetische Reihenfolge zu nehmen. Und wir haben den Vorschlag, die ersten drei Plätze direkt zu wählen und den Rest zu erprobeln. Wer, und wiederhole ich nochmal die Frage, weil jetzt andere Leute da sind, wer möchte über diesen Vorschlag abstimmen? Jetzt zähle ich 29 Stimmen. Wer möchte über diesen zweiten Wahlmodus abstimmen? Sieben. Wer möchte über den dritten Wahlmodus, also über die Verzicht von einer Wahl abstimmen? Sieben. Wer möchte über den letzten Wahlmodus abstimmen, also die ersten drei direkt wählen, den Rest erprobeln? Das sind zwölf. Damit besteht jetzt der erste, also dieser hier, und der letzte, die ersten drei direkt wählen, den Rest erprobeln in der Endentscheidung. Wer ist für diesen Vorschlag? Wer ist für den letzten Vorschlag, also den vierer Vorschlag? Ohne genaues Auszählen, ich halte das für eine Mehrheit, also für den ersten Vorschlag gibt es da Widerspruch. Gut, dann frage ich mir das Auszählen. Wir stimmen also so ab. Kommen wir zum letzten Punkt, wir wollen, und das ist auch auf Landesebene so beschlossen worden, der Versammlung die Möglichkeit geben, wenn am Ende alles schiefgelaufen sein sollte, die Liste dann ganz, ganz bov aussieht. Okay, das kannst du jetzt so weit, ich hab, wahrscheinlich, ja, das ist auch so, ja, verdammstig. Die Liste, wir haben erprobeld, und dann die letzten beiden gegeneinander abgestellt sein. Damit ist der System zugestimmt. Aber halt, meine Sache noch, streng genommen müssen wir das Ganze zweimal machen. Einmal für Land, einmal für Bezirk, womöglich ich dich bitten, dass nochmal, wer ist dafür, bis dahin, das angenommene Wasserverfahren für Land, jetzt auch auf den Bezirk anzuwenden? Danke sehr. Kommen wir zum letzten Punkt, wer ist dafür, das hier? Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir in den letzten letzten Doppelbelegungen und danach los, haben wir jetzt noch nicht gesprochen, haben wir abgestimmt, wir haben nur den Punkt mit der Reihenfolge abgestimmt. Ich hatte vorhin gesagt, um diese beiden Punkte zusammen abzustimmen, aber okay, dann stimmen wir es nochmal ab, wenn es darüber Missverständnisse gibt, wer ist dafür, dass bei Doppelbelegungen, also bei Notruple, haben zwei Leute gleich die Stimmen, dass dann das losentscheiden soll und wir nicht uns in endlosen Wahrnehmung verlieren. Danke sehr. Dann ist die Überlegung, das kommt aus der Überlegung vom letzten Landesparteitag, zu sagen, nachdem man eine Liste aufgestellt hat, sie noch einmal, und dann aber die zweite Mehrheit zu bestätigen, mit folgender Überlegung, April-Voting tendiert dazu, eine Mehrheit sehr stark zu bevorzugen. Also eine Mehrheit kann sich wirklich durchsetzen beim April-Voting und eine Minderheit vollkommen von der Liste verdrängen. Und da wir dann aus Minderheitsschutzgründen dann eine gesamtbestätigte Liste von zwei Dritteln zu fordern, damit dann zumindest keine großen Minderheiten, die sich vollkommen unterrepräsentiert fühlen, hier sich nochmal zu Wort melden könnten. Und eben auch, um darzustellen, am Ende stehen wir dann alle als Schwaben hinter diesen zwei Listen. Kann man machen, muss man. Wer ist dafür? Frage. Was passiert, wenn da Nein abliegen wird? Dann wiederholen wir den, äh, deshalb probeln. Das ist auch ein bisschen, das soll auch ein bisschen in einem Raum stehende Drohung an die Mehrheit sein, sich so zu verhalten im Abstimmungsverhalten, dass es für alle annehmbar ist. Das ist eben heute die Frage gestellt. Okay, das soll auch ein bisschen disziplinieren wirken, das ist schon der Witz nach der Sache. Wer ist dafür, dasselbe auch für die Witzsatzwahl anzuhalten? Danke sehr. Dann haben wir den Wahlmodus hinter uns. Könnt ihr nochmal die Tagesordnung bitte sehen? Das war die Tagesordnung zur Bezirksdagswahl, die wir hatten, genau, für die Landteilswahl. Sonstige Formalen, okay. Gibt es noch sonstige Formalen, die beschlossen werden müssen? Also, worüber wir kurz reden sollten, wir haben es so gesehen, wenn die 10 Minuten in der Vorstellung rum sind, per Ton und über die Technik abgebrochen. Ist das okay für uns? Okay, dann kommen wir zur Vorstellung der Stimmkreisbewerber, der Wahlkreisbewerber für die Landtagswahl 2013. Herr Test, bitte. Herr Name? Haben wir... Steht das noch nicht? Ja, das meint er es auch nicht. Steht das noch nicht? Das sind doch erst 10 Minuten. Das sind die 10 Minuten, die man dann schön hinter sich runterlaufen sieht. Das kann man sich doch immer kurz bei der eigenen Vorstellung rückanschauen, wie viel Zeit man noch hat. Ich weiß es zumindest nicht. Ich weiß es nicht, dass wir jetzt noch gar nicht mehr sagen, um alle zurückzumachen. Okay, nee, das hatten wir noch nicht. Entschuldigung, das war für mich so im Kopf. Mein Vorschlag wäre, in der Vorstellung zuerst die Landtagsliste zu machen, dann die Vorstellung der Bezirksliste und dann die Wahlkreisbewerber. Ist das okay? Okay, das hatten wir noch nie so andersrum machen. In Schwestern kann es so kommen, weil mein Vorschlag ist. Aber schauen Sie, wie die Zeit ist. Es kommt, das Argument mit dem Gegenvorschlag ist andersrum zu machen, wesentlich wahrer. Achso, weil du meinst, dass der Bezirk sich kürzer... Also, ich würde vorschlagen, dass es zuerst der Bezirkstag war und der Landtag war, weil gerade von der Zeit her sind Landtagskandidaten, wo sie sich eher vorstellen sollten. Du meinst, dass man dann noch mal mehr Zeit gibt, wenn die Zeit da ist? Nein, das ist natürlich für den Bezirkstag durch, ist die Zeit, die wir noch haben. Also, dann stelle ich noch mal die Frage, wer möchte zuerst Land machen? Wer möchte zuerst Bezirk machen? Bezirk hat eine Mehrheit, wir fangen mit den Bezirkstagskandidaten an. So, bevor es losgeht, stehen jetzt alle Kandidaten, die abwürdig sind, auf der Liste. Dann geht die jetzt so hoch an die BIMA-Leute und dann geht es los. Wir warten kurz. Aber wir haben gewonnen, dass wir die Zeit zuerst machen. Ja, das ist ja noch. Ich habe alles. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Okay, wir scheinen da noch zwei, drei Minuten zu warten, bis die Technik soweit ist, die Namen richtig zu ordnen. Und als Information die Reihenfolge, wie es die Kandidaten ja bereits mitbekommen haben, wird gelost. Wir haben also eine zufällige Abfolge der Vorstellung, dass dann jemand mit einem frühen oder spätengenehmen oder ungenehmen Vorstellungsplatz diskriminiert oder bevorzugt wird. Hast du gefragt, ob noch jemand es kommt an die BIMA-Leute? Nein, das weiß ich nicht. Möchte jemand spontan, jemand, der sich noch nicht dafür beworben hat, aus der Mitte der Versammlung heraus für die Liste zum Bezirkstag oder für die Liste zum Landtag kandidieren? Oder jemanden abwesenden Vorschlagen? Oder selber machen? Dann zähle ich jetzt von drei runter und schließe damit sowohl die Kandidatenliste für den Landtag als auch für den Bezirkstag. Drei, zwei, eins. Ja, das müsste jetzt aber aus der Mitte der Versammlung heraus eben passieren. Nö, weil wenn die Aufstellungsversammlung nicht beschließt, hat das schon Abschlussarakter. und es muss nur noch mal vorgefragt werden hier. Das ist eine Empfehlung, aber die muss aus der Mitte der Versammlung noch mal kommen. Also okay. Nein, Claudius, so wie wir das auch mal den Leuten erklärt haben, war das so, dass im Endeffekt, wenn die jetzt einen vorschlagen, dass der automatisch hier vorgeschlagen wird, ohne dass jemand geanbietend sein muss, extra. Das heißt, du nimmst die gesamten Vorschläge und stellst sie selber als Vorschlag? Das könnte ich zur Notnahme haben. Ich kann mir dann keine, zumindest von mir, gesuchte Versammlung melden, wo jemand da auch extra noch mal vorgeschlagen worden wäre. Das müsste halt jetzt noch jemand sagen, der sich irgendwie daran erinnern kann, dass da was war. Ich erinnere mich zumindest, dass es diese, dass es Leute gab, die von den einzelnen Aufstellungsversammlungen zusätzlich zu ihrem Direktkreis vorgeschlagen wurden. Ich hatte den Namen nur noch mit dem Kopf. Hat die jemand? Heide, Delsen und so weiter, Joss Giedberg, weil wir es jetzt gerade gehört haben, war bei euch jemand als Wahlkreisvorschlag für Land oder Bezirk noch mit drauf? Er hat den Bezirk noch jemand drauf. Er hat den Robin vorgeschlagen. Der Robin, der ist auch da. Wollt ihr ihn vorschlagen? Der ist schon vorschlagen. Also er hat das vorgeschlagen, also das Robin hat ihn mit drauf. Hast du schon als Kandidat dich akkonditiert? Ich wusste gar nicht, dass ich vorgeschlagen wurde. Das wurde mir erst jetzt gerade gesagt. Robin, wenn du es willst, wie spontan bist du? Ja, ich gehe mal kurz raus. Okay, Robin, geh doch kurz raus. Dann würde ich mal kurz sagen, okay, dann machen wir es so. Gehen wir kurz mal im Wesentlichen die Aufstellungsversammlung durch, die wir bisher hatten. Wer, also Augsburg Stadt, Augsburg Land, also 701 bis 705 bis auf Friedberg, was wir jetzt gerade gequert haben, meine ich, zu 99 Prozent, dass wir sonst keinen Wahlkreisvorschlag haben. Weder Land noch Bezirk. Donau-Ries ist es ebenso. Das müsste 706 sein. Werner? Was war in Eichert-Siegweg für den Hans? Das war Bundestag. Wie sieht es aus mir? Sieht man da, weil es in Neuhoff auch wirklich direkt weg ist. Sieht man da, zwei Partien ausgleichen. Memming auch? Also Memming auch? Ja. Ja, ich habe von Martin, das war ein Anzug zu tun, aber weil es die Petra Heinle hier wäre, würden Sie dann fragen, dass sie in der Veranstaltungsveranstaltung nicht wären wäre. Petra Heinle hat, so weit zumindest mir gegenüber, damals gesagt, dass sie sich nun nicht, dass sie wurde angetragen von der Veranstaltung, auf die Liste vorgeschrieben zu hätten. Sie hat gemeint, ihrer Meinung nach würde das mit einem regelnahen Wahlkreisbegabend an Schaden und hat es deshalb abgelehnt. Kann sein, dass ihre Meinung in der Zwischenzeit die Änderung hat, aber zumindest damals wollte sie nicht von der Versammlung vorgeschlagen werden. Ich weiß die Nummer nicht auswendig, aber Albert Bohnen sieht es auch nicht mal zusätzlich aus. Okay. 719 und 710. Donauwies Fritz? Okay, Donauwies. Damit sind wir meiner Meinung nach durch, oder habe ich eine jetzt nicht gehört? Kämpfen? Also wie gesagt, Donauwies Zimmer 706. Wir haben jetzt eigentlich alle durchgewandt. Wir waren ja auch unten in Litau, die beiden Aufführungsbesammlungen, da war jetzt, was Petra auch gesagt hat, sie möchte nicht für Liste drauf, was sagt, mit Gründen. Also bis auf Friedberg dürfte es keine gewesen sein. Dann schließe ich die Kandidatenliste bei 3, 2, 1. Die Kandidatenliste für Land, Wien, für Nachsitzung, geschlossen. Wer noch? Wer noch? Ich frage mal kurz draußen, wie viel Zeit es noch ist. Ich frage mal kurz. Ich frage mal kurz. Die Technik scheint noch kurz zu brauchen. Machen wir einfach zwei Minuten Pause. Kann sich jeder einen Kaffee holen. Ist jetzt Kaffee da, sind Butterbrezen da. Nutzen wir die Situation für eine kurze, fünfminütige Pause. Ich frage mal kurz. Vielen Dank. Christian? ... ... ... Das stellt ihr ein. Das ist eigentlich ein Verschlag. Nein. Das fällt mir ein. Zur Information, draußen gibt es Butterbrezen, Kaffee und Getränke. Da hängen Preislisten aus. Bitte einfach selbstständig bezahlen. Da steht auf dem Tisch so eine kleine Box. Bitte einfach zuverlässig einwerfen oder sich merken, was ihr über die Veranstaltung verzehrt habt und hinterher zahlen. Wir tragen das recht Privatrisiko. Also es wäre ganz cool, wenn ihr das zuverlässig macht. So, du meinst. So, du meinst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Genau, hier unten steht immer gleich der nächste Kandidat. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen glöd geraten. Damit es organisatorisch einigermaßen sauber läuft, bitte ich auch immer die Kandidaten, die als Nächste dran sind, schon vorzukommen. Es gibt dann nochmal einen Aufruf und dann läuft das Ganze einfach durch. Dann bitte ich den ersten Kandidaten zur Vorstellung ans Mikrofon. Ja, guten Morgen miteinander, liebe Piraten. Mein Name ist Wilhelm Gasser. Ich komme aus Neu-Ulm. Ich bin von Beruf für Schlitzbeamter, 52 Jahre alt. Ich bin seit 2007 im Piratenpartei. Ich bin im Kreisverband Neu-Ulm aktiv und im Bezirksverband Schaden. Ich bin im Kreisverband Neu-Ulm mit einem Direktkandidaten vertreten. Ich bin ein, wie soll ich sagen, ein, ja, bei dem wir begrüßen uns alles erfunden. Also sprich, ich stehe vor unserem Grundsatzprogramm. Was aber nicht heißt, dass ich gegen Erweiterungen bin. Aber ich denke, der Hauptfokus sollte auf dem Grundsatzprogramm liegen, sprich Urheberrecht, Patentrecht und so weiter. Mein Hauptgebiet, auf dem ich tätig bin, war in der AG Drogen. Ich war mitverantwortlich für das, gerade schon, Drogenpolitik, das Grundsatzprogramm. Und in solchen Stufen arbeite ich, wie gesagt, im Bezirksverband ausgenäßig. So viel von meiner Seite, wenn ihr Fragen habt. Die Justizwachtmeister amts Amtsgericht Neu-Ulm, den einfachen Ding, gibt es in meiner Woche. Ja, schön, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann behalten wir das Podium frei von den nächsten Kandidaten und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Danke. Schaltest du bei? Nächster Kandidat. Ja. Warte bitte noch. Ja. Bin zwar etwas überrascht, dass ich schnell bin. Er muss erst wieder hochspringen. So. Und los. Also man kann es lesen, weil man das hört man selber. Man hört uns schwer. Ich komme wohl, ich bin nicht aus Seipzig. Ich habe im Prinzip auch politische Arbeit, beziehungsweise Arbeit an Demokratieproblemen, als Mössensee geführt. Ich bin nur so ungefähr zehn Jahre dort zu. Ich bin in Wimlau, ziemlich weiß, drei Wimlau, ich weiß es gleich zu Hause. Den wird berufen jetzt nicht mehr, aber mit Polenentwicklung, bei der Fahrradmessung, der Struktur und Ausbau ist sehr, war der Führer und auch mit Kärzbehandlung, hätten nicht nur verhaut, aber auch mal an, auf der Erstkale, und vermiss das Nachbarnnetz. Als Geraden bin ich seit ungefähr einem Jahr als Mitglied, habe auch früher zum Politik zur Arbeit gemacht, habe ich in Leipzig bei der Demokratiebelegung mit Arbeit, Ich habe hierbei umgetrieben, habe das Projekt in der Nähe in Richtung gestützt und sogar wir warten zusammen mit als Techniker, einem der wenigen einzigen, das hat gehabt, dass wir in jedem Fall ein bisschen reden, das ist auch ein Bezirk-Aktur, die ich sagen, von Schwerpunkt wird nicht reden, gerade auf Bürgerbeteiligung im Bezirk sind verschiedene Projekte, gerade auch im Goldenseeraum, jetzt angetauscht, Verkehrsprojekte, die Krasse, die voran mit der Schweiz, das verschiedenste Probleme mit sich bringt, sowohl was gerade quer und so weiter betrifft, als auch Bürgerbeteiligung, dass wir doch nicht einfach rückwirkend werden, mit irgendwelchen Vorschlägen, die wir nach der Boxen befragen, das ist auch ganz schön, das wäre also etwas, wo ich sage, gucken wir natürlich eben auch nicht zu vergessen, die ganze Thematik, soweit man dafür bezüglich alles machen kann, Kindergärten und Kindergärten, Vorschuldigererziehung, also auch Bildung und Sommusunterstützung von jungen Leuten, dass die Möglichkeit haben, sich entsprechend entwicklen. Das ist vielleicht noch eine Frage, bitte. Kannst du in irgendwas umlaufen und im Bezirk, was der Bezirk, die Straßen, die du für es tun hast? Es sind ja gewisse Straßen, nicht alle, sind und und auch immer in der Umheit des Bezirks mit. Es gilt ja auch, um einfach mal vor Ort zu holen, was ist los, die Leute sagen eigentlich auch, das Problem machen, das Problem ist, da muss man einfach dran sein und dann wird man natürlich in der Arbeit sehen, wie es abläuft, was man machen kann und wird man sich vielleicht doch mit dem Fuß getürtet. Aber es ist jetzt auch so, dass man einfach unabhängig von parlamentarischer Arbeit, also auch die Leute einfach ein bisschen unterstützt, beziehungsweise auch einfach mal verfindet, dass es dann ein Problem gibt, damit so eine Führung mitwirkt, das Recht, die sie hier haben, und sie teilen auch ein bisschen nach vorne. Eine Frage hätte ich noch. Du sagst, die folge warst vorher schon in verschiedenen und anderen Parteien. Kannst du das noch ein bisschen ausführlicher darlegen? Ich bin vor allem interessiert mich dort durch, weil auch die Rechtsradikalen haben. Ich mache die Frage. Äh, da kurz mir wahrscheinlich den Rufweg und sonst was rumknübeln, wenn es um die Rechten treiben geht, also garanziert nicht. Also ich war, äh, doch einfach zwei Jahre lang Landesvorstand in Sachsen, Baden-Grün, äh, als wir dann die Verbindung mit dem 95 geschaffen haben. Es sind dann auch andere Leute gewählt worden, die die Sache auch besser vertreten könnten, und die sich auch noch ganz anders analysieren wollten. Das war eine ganz halbe Zeit damals auch. Die Leute erst geschwimmen, sind dann erst dann erneut vorgekommen. Äh, da habe ich dann auch in den 90er Jahren dann dort herrnend nachgefunden, weil alle, die ein bisschen was anderes denken, als das übliche, zu dem Thema einfach, äh, keiner gefragt worden. Und, äh, hab dann mit, ich sag mal, einer Bekündungsinitiative zusammengearbeitet, die als der so unter anderem damals die ja Demokratie mit gestwickelt hat. Das kennt vielleicht jemand, das, das ist, das ist irgendwann so glüge nach der, was dann aber leider von einem Klub wirklich übersetzt worden ist, und das hätte man auch höher getrennt. Aber dadurch kenne ich natürlich, äh, die ganze Klima, die die Volksgesetzgebung, Dokumentarbeiterinigung, und eben auch, äh, so drüben auch das Wirtschaften, wo man dann durch die Türkeitschaften machen kann, äh, so etwas auch von gewissen Grundlagen her. Habt auch verschiedene Kontakte und woher versuchen, die auch gerne mit einzukennen, fragen, wenn es im Fahrrad von Öl, also jetzt, da hat mir auch keinem Grund nichts zu tun, äh, wenn da die Vereinskarte immer die Maske haben, sagen, die Informationen dazu, dass man so Leute auch da entspannt hält, weil das ist nicht hier. Ich glaub, du sollst du damit gleich noch der Nächste. Ich komm dran mit. Ich komm dran mit. Chef, Chef. Du bist dran. Ich glaub, wer das wohl nicht geschafft hat, mit dieser ganzen tollen Technik, rechtzeitig denn vorn zu stehen. Kaffee holen, bitte. Wenn er hier gar nicht trinken läuft. Ich hab' mir Kaffee geholt. Ich hoffe, ihr habt auch Kaffee. Kaffee gibt's vorne an der Kaffeebar. Man kann Geld dalassen. Gibt's was Inhaltliches? Soll ich Ihnen was sagen? Ach, ich bin dran mit der Vorstellung. Ich bin jetzt ausgelost worden. Ich hab' den Nummer 27. Ja. Okay, super. Das müsst ihr mir sagen. Also, ich komm' mir jetzt halt Kaffeekasse hin, ja. Kaffee gehört ja nicht originär zu den zentralen Inhalten in der Gratwohnheit. Mein Name ist Fritz Effberger. Ich bin 52 Jahre alt und Journalist vor Bildung. Das heißt, ich vertrete die Generation 50 plus. Meine Hobbys sind Grafmann musisieren und Killerspiele. Ich finde Killerspiele sehr wichtig. Für mich ist das ein wichtiger Punkt. Ich finde, dass man nicht nur Drogen freigeben sollte, sondern eben auch die Sache mit dem Jugendschutz auf neue Füße stellt. Der ist nämlich vollkommen in die Sackgasse gelaufen, schadet den heranwachsenden mehr als er in den Münzen. Das ist jetzt aber kein Thema für den Bezirk, für den ich kandidiere, sondern im Bezirk Schwaben müssen wir Dinge leisten, die die Region betreffen. Wir haben so eine Wasserkopf-Situation in Augsburg. Das ist die einzig-gerichtige Großstadt. Es gibt noch ein paar sehr kleine Städte aus Rom. Der Bezirk ist eigentlich dafür da, einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Interessen und den Wirtschaftsleistungen der Schwaben und der Einseitigkeit der Stiegler-Situation, die durch die Metropole Augsburg wird und vorgerufen wird. Ich kandidiere für den Sitz im Bezirkstag, weil ich ein aktives Interesse daran habe, diesen Ausgleich mitzugestalten, mit herbeizuführen und Themen, die uns stärker betreffen, dort hineinzubringen, damit es keine reine Bauernmuseum-Veranstaltung bleibt, so wie es bisher so wird und dass nicht die Bezirkstagsaktivitäten. Ich bin mir darüber im Klaren, dass aktive politische Gestaltung ein Fernsegel ist für die Piratenpartei. Da müssen wir noch viele Bündnisse schließen und viel Überzeugungsarbeit leisten, um unsere Inhalte nach vorne zu bringen auf dem Bezirkslevel. Das erste, was wir leisten müssen und das erste, was ich als meine Aufgabe sehe, ist Transparenz. Transparenz, kennt ihr, das Gegenteil von Korruption. Das ist es, was wir an allererster Stelle machen müssen. Jetzt gebe ich die Zeit frei für Fragen und die anderen Kandidaten. Abfragen kann ich nicht. Ja, kein Fragen kann ich nicht. Das ist super. Alles wäre gut. Kurz zu meiner Orientierung noch. Strukturell. Ich hatte ja auf dem letzten, vor einem Jahr, drei vom Jahr, Bezirksparteitag versprechen müssen, auf Wunsch eines einzelnen Piraten, dass ich diesmal noch zwei weitere Male für einen Platz im Bezirksverstand kandidiere, die steht auch noch in so einem Moment, ob ich öffentliche Ente erhalten werde. Danke. Applaus Ja, hallo, also für einige, die mich nicht kennen, mein Name ist Alessandra Haag, bin 41 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, die Sonne mit 19, der gerade zur Studie und als Informatiker angefangen hat und in 2017 die schulische Ausbildung, die soziale Regeln gemacht hat. Zu den Girarden, die ich gekommen bin, 2009, ich engagiere mich hauptsächlich in Berlin, die sich da die Stammtisch zum Laufen zu bringen. Ja, ich kann Ihnen hier, das sage ich gleich immer nicht, und die vorderen Plätze sind gerne die letzten Listen, die daraus zu finden. Ja, das wäre es jetzt, ob Sie nicht fahren, nein. Wenn es dumm läuft, oder kommt es trotzdem rein, was möchtest du politisch erziehen in der Reis und woher möchtest du das einsetzen? Ja, dafür muss man natürlich erstmal schauen, was da abgeht. Wenn man sich einkommen kann, was die Ausschlüsse, wo man reinkommt. Natürlich transparent ist ganz klar, dafür werde ich dann auf jeden Fall sorgen, dass man so viel wie möglich auch online zählt. Ja, und unser Grundsatz natürlich, ja, ganz klar. Ja. 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 Ich habe festgestellt, dass der Bezirk da jetzt einiges tut und ich mich selber informieren möchte da vor allem auch bei euch, also möchte auch nach außen sagen, was der Bezirk da eigentlich macht und damit wir uns darüber diskutieren können, was verändert werden muss. Ich würde mich natürlich auch sehr dafür engagieren, dass der Bezirk da jetzt noch transparent ist. Es ist sehr schwierig, einfach nur zu finden, welche Besitzungen im Platz finden. Es gibt, also wenn ich das erkenne, ich habe keine öffentlichen Protokolle. Wir brauchen also wirklich eine Informationsfreiheitssatz und auch für den Bezirk. Ja, das wäre es von meiner Seite. Fragen? Kann man schon machen. Wie lange bist du bereits bei den Fragen? Ich habe 2009 im Zivilger-Sensurz und der Beratung des Wahlkampfs erfasst, dass es mir nicht direkt klagt, mir zu wählen, sondern dass ich da auch aktiv mitmischen möchte. Da bin ich also eingetreten. Ja, ich kann noch ein bisschen erzählen. Ich bin auch ein bisschen, sind wir jetzt aktiv in meinem Heimatlandkreis organisiert, im Stammtis Günzburg. Ja. Falls du gewählt wirst, wirst du den Stammtis Günzburg, den du bisher hervorragend leitest und wo du uns ja sehr engagierst, möchte ich immer noch mal miteinander sprechen, auch weiterhin leiten? Das würde ich natürlich auch weiterhin machen. Es findet sich jemand anderes, der das gerne machen möchte. Also ich kläde jetzt nicht an den Posten, fernfisch zu organisieren. Aber wenn sich jemand findet, mache ich das natürlich gerne weiter. Mikrofon bitte. Also die Frage war gerade, was der Regierungsverdienst bei dir konkret bedeutet. Ich bin Regierungsverdienst, ich bin Regierungsverdienst, das war mal der Regierungsverdienst, ich bin jetzt glaube ich, das geht mir leider der Regierungsverdienst ein, das ist Ihnen genannt worden. Ich arbeite bei der Regierungsverdienst, das ist nicht das Gewitzel. Da laufen unter anderem auch eine Menge Bauverdienst, allerdings nicht in meinem speziellen Bereich. Also mein spezieller Bereich möchte ich jetzt eigentlich gar nicht erwähnen, weil ich nicht möchte, dass das jetzt die Abstimmung beeinflussen könnte. Und auf einmal sieht mein Beamtentum gar nicht groß, weil ich nicht wirklich darf. Also ich möchte das auch ständig voneinander bleiben. Applaus Entschuldigung, wäre es möglich generell die Fragen am Mikrofon zu stellen, auch wenn es schwierig ist aufzustehen, aber wir haben Leute vergessen die Fragen. Also ich hätte gar nichts dagegen, wenn die Gesetze dementsprechend geändert werden, lasse ich dann, dass es nicht mehr so schlecht voneinander bleiben muss. Ich möchte nur ganz kurz genau zu dem Punkt nochmal eingehen. Ich bitte Kandidaten, auch entweder Fragen aus dem Publikum und nicht ins Mikro gehen, einfach zu überhören, oder wenn sie es verantworten wollen, zu wiederholen. Also sagen, im Publikum wurde gefragt, Doppelpunkt, dass das im Stream ankommt, dass es auch noch mit drin ist. Der Stream ist halt, ich weiß, ein bisschen eine westliche Geschichte, aber es hat auch was mit Transparenz zu tun, mit Nachvollziehbarkeit, wie wir hier arbeiten. Dann wäre man die Hälfte, ja, und so. Hallo, ich bin Robin Chan, ich bin 23 Jahre alt, wohne mit Dietberg West, habe einen Sohn, der ist hier, ist der Bio. Ich studiere auf Bachelor, Sozialwissenschaftler, und komme jetzt ins 5. Semester. Genau. Ich habe mich für den Bezirksrat auch kandidiert, aber leider wurde ja dann die Aufstellungsversammlung verschoben, deswegen konnte ich dann nicht kommen. Ich würde nur wegen Weltfreunden und Weißen betreten. Und jetzt habe ich gerade erfahren, was ich Ihnen vorgeschlagen würde für den Waldfest. Gut. Was für den Bezirk, also weshalb ich in den Bezirk gerne gehen würde, der einmal, dass es sich momentan noch sehr gut in der Schule verbinden lassen würde, dass er im Bezirk mit einem Erdkampf handelt, was der Schule braucht, dann kann man auch nicht mehr arbeiten. Und zum anderen bin ich sehr interessiert über Wasserraft, mit dem Kreis Jugendlichen auch, mit dem Bezirksrad. Das werden wir auch in der Gelder, das finde ich über den Bezirk Süd. Und das wäre ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, das wäre es, aber ich glaube, das hätte es gar nicht vorbereitet. Man hat auch nicht zu viel Zeit. Ich hätte zwei Fragen. A. Wie lange bist du bereits bei den Piraten? A. Und B. Wo liegt der Bezirk und Schwerpunkt? A. Ich bin bei den Piraten seit 300 ungefähr und mache schon ein Praktikum seit sechs Monaten ungefähr. A. Und ja, aber dann kriege ich das seit 300. A. Meine thematischen Schwerpunkte. A. Momentan beschäftige ich mich in der AG Energie. A. Da habe ich jetzt auch noch ein klimatisches Wertpunkt. A. Das ist einfach nur eine reine Messehaltung. A. Versuch da ein bisschen reinzukommen. A. Und ansonsten natürlich auch Kinder und Jugendliche. A. Da ich selber erfunden habe und aus der Situation konfrontiert bin. A. Das ist auch ein Schwerpunkt für mich. A. Und ansonsten, was noch ein Schwerpunkt bringt, ist, dass man die Exemplogen so kognitiv betreibt. A. Und ein Schwerpunkt? A. Und zwar ist es, dass man mehr die Ecke drüber betreibt. A. Das ist mir sehr, 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 sehr gut. A. Machen Sie noch Fragen? A. Warst du, bevor du zu den Beraten bekommst, bereits anderweitig politisch aktiv in anderen Parteien gelitten? A. Nee, ich war nicht in anderen Parteien tätig. A. Das ist jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt. A. Die Frage. A. Echte Demokratie jetzt, wenn es jemandem was sagt, besonders letztes Jahr am 15. Oktober die Demo auf dem Landaufplatz wird organisiert. A. Und wir machen auch dieses Jahr wieder eine Demo am 13. Oktober. A. Das heißt, es war außerhalb der Demoabschutz aktiv. A. Allerdings ohne irgendwie jetzt nicht unbedingt zuzuordnen. A. Okay. A. Das meint sich wirklich, ich habe es gezeichnet, also? A. Ja, es wird uns ja auch umlaufen lassen. A. Gibt es noch Fragen? A. Ja? A. Wie wird es durch politische Einladung? Links, rechts, mit dem? A. Ich bin geil von der politischen Einladung. A. Gut. A. Das ist ganz klar, ja. A. Also dann, vielen Dank. A. Tschüss. A. Hau mal an. A. 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 Also mein Name ist Marianne Kuschel, ich bin 2,60 Jahre alt, ich bin bei Bunker Rathen jetzt offiziell seit April, angemeldet habe ich mich jetzt im Oktober, aber es hat auch ein bisschen mehr gedauert, auch wenn ich mich dann besuche, jetzt zu mir selber, also ich bin 20 Schwester geworden, ich kann mich mal ganz einfach mal abgehauen, denn ich bin mit Interkranken, ich bin 1969 nach Augsburg gekommen und habe in Augsburg die Krankenpflegeausbildung gemacht, also im Diakonischen Krankenhaus, also Krankenschwester, jetzt ist ja eigentlich eine österreichische Krankenpflegeerin und war auch praktisch das Ganze wirklich selbstgebig, mit einer Familienfrauen in fünf Jahren, ich habe also mit Augsburger Krankenhäusern eigentlich im Diakonischenhaus gelernt, bei dem Hauptkrankenhaus, dann die Zentralbehörde, also die Kindze, die Zentralbehörde, die Zentralbehörde, und dann die Hälfte, die Zentralbehörde, die Zentralbehörde, und dann die andere Hälfte war dann mit der Eidigzügel, und da war ich bei der Eidigzügel, bei der Eidigzügel, bei der Eidigzügel. Warum ich eigentlich zu der Partei gekommen bin, war es ja immer sehr kritisch, also den Massenmädchen gegenüber, und hat da vieles in Frage gestellt, und da vieles in die ganze Situation, die es eigentlich jetzt ist, also die es praktisch im Land ist, dass da kein Vertrauen in die Welt, in die Vollstattwäder, dass eigentlich nichts mehr nachvollziehbar ist, was sie entscheiden, habe ich mich natürlich am Schluss, da war eigentlich schon sehr verstanden, und war ich eigentlich froh, wie dann die Geraden praktisch, ich soll ich sagen, aus der Versenkung auf den Spielen sind, bin eigentlich an den Stand gekommen, da bin ich in die Studie gefühlt, da bin ich in die Studie gefühlt, also war ich in die Umherstungsredaktion damals, habe ich die Geraden kennengelernt, und dann habe ich mich natürlich mit dem Ganzen etwas mehr betracht, und dann fand ich eben diese individuelle Selbstbestimmung, fand ich selbst nicht in das Grundeinkommen, also ich bin wirklich ein Befürworter für das Grundeinkommen, weil ich in meinem Leben manchmal Entscheidungen treffen musste, gegen meine gewisse Selbstbestimmung, und wenn ich ein Grundeinkommen habe, kann ich sagen, nein, lieber Arbeiter, das kann ich so machen, ich mache es nicht, das Grundeinkommen, ich könnte mich abzudern, ich könnte quasi auch den Arbeitsplatz retten oder könnte ausführen, das kann gerade in den Leuten nicht, weil ich immer abgestellt habe, wie sie denn als Menschen ausführen. Dann natürlich auch die Patentrechte, das habe ich auch überzeugt, was da die Geraden vorgeschlagen haben, dass man einfach da für die Lebewesen und das auch, wenn sie zum Beispiel Patenten, die eigentlich auf Staatskosten finanziert worden sind, dass sie auch der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, und wo sie wirklich mit Bestimmungen, also an der Basis. Jetzt warum ich mich für den Bezirkstag habe aufstellen lassen, war, also ich bringe meine Kinder und mein Beruf, also ein Hochschulungserfahrung mit, in der Bezirk ist ja so ein bisschen das Sozialparlament, in der Bezirk, kommunale Ebene als praktisch in Schwaben. Und da geht es auch sehr viel um Finanzierung und Geld, also ich habe ein bisschen die Übergang, glaube ich, gemacht, die enthalten ja im Jahr so um über 600 Millionen Euro, und das ist doch ein ganz schönes Sinne, wie sich dann auch das Geld zusammensetzt, wie die Gelder herkommen, kann ich auch glaube noch. Und also sicher wäre jetzt mein Bereich, da mehr denn die Sozialebenen, Krankenhäuser, die Psychiatrie und vielleicht auch noch so die Höhe-, See- und Sprachsysteme, die sind, die sind wahrscheinlich, weil das auch ein bisschen vieles kennengelernt hat. Ich bringe mich auch auf der Bezirk Kultur und Heimatpflege und Natur und Umwelt, das ist ja schon mal auch so angeklopft. Ich bringe auch noch auf Europa, also es sind ja einige Partnerschaften, die sind auch da hergestellt. Und wenn es gewählt wird, wirklich ist eigentlich die gerechte Verteilung der Gelder und natürlich die Transparenz, also es ist schon ein bisschen im Internet dargestellt, aber doch sehr oberflächlich und übersichtlich und würde natürlich, wie gesagt, meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung, meine Lebenserfahrung mit reinbringen. Ich dachte, wäre alles jetzt besser. Ja, bin ich aber verstanden worden. Das wäre meine Vorstellung. Kann ich Ihnen 140 Zeichen, also kurzfragen, dein Statement zum Thema Internet suchen haben? Internet sucht? Das sagt mir jetzt gar nichts. Also ich denke, ich kann mich selber haben. Bitte? Also unter Internet sucht kann ich nur verstehen, wenn eine ganze Nacht dort sitzen würde. Also ich kann da gar nichts davon vorstellen. Und ich kann mich so gut steuern, also was ich mir anschaue und was ich mir anschaue. Also ich wünsche mir sehr viel Jugend, muss ich sagen, dass sie ins Parlament kommen. Und aber natürlich ist es gut für auch unsere älteren Mitmenschen oder Mitbürgerinnen in diesem Land, dass sie ja nicht in irgendeiner Wahrscheinung auch ökere will. Aber ich persönlich wünsche mir, dass die Jugend einkommt. Weil nach irgendeiner Jugend bringt das Land voran. Ich möchte noch dazu sagen. Die Frage ist, du willst sie dann im sozialen Bereich bzw. Krankenhäuser und auch mit Kranken beschäftigen. Wie sieht das dann bei dir im Bereich Suchtthemen aus? Zum Beispiel, wie stehst du zu der Tobenpolitik von uns? Beziehungsweise, was muss deiner Meinung nach in der Suchtpolitik zum Beispiel verändert werden, wenn das auch gerade dein Thema ist? Also ich meine, dass es wirklich entkriminalisiert werden könnte, dass es rein wird. Dann hätten wir wesentlich weniger Probleme. Wenn wir gerade beim Thema Suchen und Drogen waren, dann haben wir die Stellung der Beratenpartei zur Drogenpolitik noch Grundsatzprogramm begleitet. Also im Detail nicht. Ich weiß nur, dass man das nochmal machen möchte, dass man es frei macht und dann von einem Arzt quasi, also dass er sich von einem Arzt quasi nennen, also überwachen lässt. Wobei ich das eben schon wieder als gewisse Einschränkungen befinde. Also ich habe den Vortrag, den Herr Aron, wenn ich euch die Zeit in den Artikel gelesen habe, dass ich den Vortrag sage, dass wir alles kann wegbekommen. Weil eben soviel, dass wir den Gringenden anziehen, wird soviel mit dem Geld gemacht, dass wir freiwillig aus meiner Sicht. So eine große Einschränkungen. Schreien zu sehen. Kannst du ja einmal von meinerseits, ich empfehle dir mal, das Grundsatzprogramm beziehungsweise Drogenpolitik zu lesen. Du musst nur alles finden, was du gerade verwandt hast. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Applaus 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 Thomas Brechberg aus dem Narbe der Welt, der Großstadt- und Wirtschaftsmetodolik Buchluge. Kann man darüber lachen? Ja, so richtig ist es, dass wir lachen. Buchluge ist nicht schön, aber Buchluge hat einen anderen Teil zu sehen. Und man kann in alle Richtungen hinfahren. Und deswegen ist der Bezirk für mich auch sehr interessant. Ich habe gerade so eine gepumpte. Ich bin im Bezirkstag gerne in der Hand und die Erde. Ich bin im Bezirkstag. Das hatten wir schon, das Thema Transparenz. Ich glaube, es gibt auch eine Informationsfreiheit. Und wir haben uns das Satsang auf dem Bezirk. Denn wie seht ihr das? An einem konkreten Beispiel ist zu sagen, wir haben gerade bei uns im Moskau das Thema gehabt, wir befinden. Wir hatten dort das Thema, wo ist denn die Satsang in Sarlathreis liegen? Tja, wer bei der Regierung von Schwaben auf der Webseite lange genug sucht, der hat sich dann auch gefunden. Im Bürgerbegehren hat er gesagt, dass er tatsächlich auf der Seite des Nachteiles veröffentlichten kann man auch nachlesen. Das ist ein bisschen wie der Katz. Da haben wir noch nicht so richtig mitgezogen bei der Geschichte, weil da haben wir nicht so lange analysiert worden. Aber wir werden uns in Zukunft verstärkt begümmern, dass wir da einfach keine Säure halten, nicht nur freistellen. Zur Informationsfreiheit gehört natürlich auch die Bürgerbeteiligung. Auch da eine Vermöstenanzeige, Bürgerbeteiligung in Form von Bürgerentscheiden auf die Säure gibt es nicht. Finde ich sehr bedauerlich, denn wenn man jetzt zum Beispiel Stadtbahn 3 München nennt, wird sagt die Stadt München, die Bürger haben dort gerade bestätigt, auf sich die Stadt finanziell an der Bautergruppe Stadtbahnbeteiligung gelassen. Nicht gefragt werden die anderen Betroffener. Die Bürgerentscheidung auf die Säure nicht möglich. Dann hätten wir eigentlich bedroffene Bürgerbeteiligung im Freisand und den Marktkreis über die Säure veröffentlicht. Und das vermisse ich. Gerade bei solchen Großprojekten, in der Meinung, jetzt weiß ich fast gar nicht, ich bin mir leid, in der Meinung, das klärt einfach einer modernen Demokratie zu. Denn wenn wir Informationsstrukturen schaffen, dann ist es gelingt da auch genau dort zu machen, aber sich selbst umsetzen oder die anderen zu bewegen, in den Voraussagen, in den Häusern und in den Fällen, dass die Bürgerinnen und Bürger werden möchten, ist dabei ganz richtig. Hauptsache, wir können den Ort aufbauen. Und deswegen wollen wir auch in den Bezirksfragen ein paar Grunde fragen. Das ist das zweite Thema. Volksentscheidung bzw. Bürgerentscheidung auch auch Bezirksfragen zu haben, an denen in den Bezirks auch nicht entscheiden zu können, wenn wir das wollen. Also grundsätzlich nicht gelangen, dass man über alles abstimmen muss, aber man sagt das grundsätzlich dürfen. Ja. Was ist neue Bezirkspolitik? Im Bezirkspolitik wird auch über Energiepolitik gesprochen, das ist auch ganz normaler Haupttraining. Auch hier ein Beispiel. Jeder kennt von Remmingen. Wir werden erleben, dass demnächst ein AKW-Bloch abgeschalten wird. 1200 Megawatt. Das ist eine irrsinnige Leistung. Und die Landesregierung, Staatssicherung gemeinsam mit irgendwelchen Finanzkonzernen und Wienkonzernen ja auch immer plant. Und in Neuheim, Fensburger und Ullner werden lösen. Neuunter werden lösen. Wir werden lösen. Wir werden lösen. Wir werden lösen. Um das Ersatz an die Idee zu bauen in den leiten Leistungsgrößen. Ich möchte jetzt noch mehr darauf eingehen. Und wir sind die Teilarbeit, wir sollten so zu sagen. Es ist ein Wirtschaftspolitischer und wie gesagt. Und wir werden sie bezahlen. Weil das so viel zu wichtig ist, denn die ganze 2.000 haben uns nicht zu setzen. Die komplette Verteilungsstruktur muss gebaut werden. Und wer wird das bezahlen? Das ist alles mit uns ohne zu sagen. Und sonst keiner. Das geht anders, das ist besser, das ist doch besser, das ist doch besser. Bei den Piraten haben wir die Kompetenz, das hochzusetzen und es vorzustellen. Wir haben auch im Schwaben eine AG Energiepolitik mit dem zweiten, die die Auftragsversammlung abwartet. Ich wurde dann, glaube ich, mal, nachdem uns der Christian Baumeister verlassen hat, sozusagen gefördert, zum Koordinator. Also wenn jetzt die Ausgangsversammlung endlich rum sind, und die Brunnen ist das super für mich, dass wir heute dann Schluss machen, und das jetzt auf die Reihe kriegen, weil die anderen Kalt, die wir jetzt, werden mit ihnen diese ab und zu befassen, die bei anderen Listen, die könnten ja noch ganz ordentlich, die werden noch sauber fluchen, wenn die das nicht wirklich bis zum Frühjahr haben. Es kostet Zeit, aber das ist für alle, weil es jetzt Zeit aufgerechnet hat. Also die AGNNNNK wird gerne den nächsten, das ist auch der Anschlusspark, den Markt und die wird. Und natürlich kommuniziert die Interimungen auch, wie wir die Klabenlöste. Nicht nur die, die aktiv mitarbeiten wollen, sondern die, die sie in Ordnung sehen, können natürlich mitmachen oder sagen, können sich gerne informieren. Aber detaillierte Sachen, die die Generalkampfsprogramm her haben, ist ja auch nicht verschwunden. Und wollen uns auch grundsätzlich mit Konzeptieren, ich werde auch eine Übersicht machen. bundesweit die Aktivität der Piraten bei der Politik beziehungsweise. Das sind also meine Stellpunktthemen. Grundsatzprogramm habe ich schon gelesen. Zweimal, jetzt habe ich das Grundgesetz 60 Mal und bei der Verfassung vielleicht auch 60 Mal. Ich kann keine Lust der Dokumente auswählen. Habe ich auch nicht vor. Ich freue mich, wenn Sie uns geringen sollten, in den Bezirksgab zu kommen. Das sollte ich schaffen. Dann wird man von mir hören. Ihr könnt euch darauf verlassen. Und ich werde mich da mit allem einhören, was ich kann, weil ich eine Zeit habe. Und sage, jetzt ist Zeit, dass wir heute das formal dicht machen und dann den Wahlkampf beginnen. Ich würde gerne fragen und fragen. Thomas, ist dir klar, dass du im Bezirks-Tabak in Sachen Energiepolitik herzlich wenig verdienen können wirst? Es ist vollkommen klar, dass es keine Entscheidung gibt. Aber, und das ist ganz wesentlich. Im Bezug auf Landesentwicklungselemente und Bezug auf die Informationsweitergabe ist der Bezirksfakt ein wahnsinnig weiterkommen. Das sieht man bei anderen Regeln sehr deutlich. Wenn die Bezirksfakt läuft, eigentlich zwischen den Kommunen und dem Anfang fällt dann die Entscheidung vielleicht, nachdem die Bundeskarte erhält. Und ich glaube, diese Entscheidungsstelle sollte man nicht unterschätzen. Ich werde natürlich noch eine Informationsfreiheit sorgsam machen. Ich glaube, das ist die Rede, das ist gut. Ich glaube, das ist die Rede, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Es gibt wieder Kaffee. Und es liegt noch ganz viele Rätsel draußen, die Schritten da kräftig zuzugreifen. Die müssen weg. Und die bitte auch zu bezahlen. Ja, das ist die Rede von unserer eigenen Kasse. Die sind Bill downstream, wo wurde 沒有 losgehemingt. Das war alles. Das war wirklich los. Die sind entams. Wir wollen zu diesem Wohnstern weg. Oh, das ist ja brav, das ist ja gar nicht. Ja, ja, du bist ja mal gut, ich bin mal nahm. Also Wohnenbrück in Rosberg, ich kenne gleich, Karlsruhe, hat eine Verpackungsstücke gepflegt, kauft die 1.60. Reichen zufrieden. Ja, und da knallert man inzwischen die meisten Wörter zu bleiben, und der Privatwirtschaft auch, und sind für diese 6. Kostunen. Das ist mein Effekt, wo es die Leute beantwortet, das gezogen müsste. Und, ja, ich persönlich arbeite in München, bei einem großen Kreiserverein, nennt sich Deutscher Denkenklub, fände jeden Tag immer her, und nachdem ich dann noch 2 Teile frei habe in der Woche, das ist auch ein Krankenhaus-Kartikulier in der Würzburg, das ist die soziale Karte, und da liegt auch ein Hauptaufgresse, in welcher Gesundheitsversorgung normalen Menschen, nicht nur Patienten von normalen Menschen, aus den Zeitungen, die wir im Umkreisverhandlung kennenlernen, die Problematik der Kreislinik in Ostdeutsch verfolgen. In diesem Zusammenhang ist das das heißt Transparenz-Kartikulier, in Verbindung mit einem Namen, die Landkreis-Kartikulier, der ist ziemlich jeden verarscht, der in diesem Landkreis-Ostdeutsch so viele Systeme passiert. Der neueste Typ ist, dass man Mark Obergab das Krankenhaus geschlossen hat, und meine persönliche Meinung ist, dass man auch Flugloch schließen wird, Obergunstloch schließen wird, und alles nach Verfeuern in die Karmutverschiene hineintut, aber nur noch als Kutter für eine Maschine, die wir im Nebenhalt ließen. Bei der wir gehen, wir engagieren mich auch, und da möchte ich gerne mir Leuten auf die Füße bringen, und zwar mit Hintergrund mit der Geschwister Gesundheitsmedizinern, mit der Bruder mit der Warenmedizinern, das letzte Woche Freitag, und das ist ein Betrachtfest gestorben. Und jetzt noch eine Frage, Möchte ich mir bitte? Möchte ich mir bitte? Möchte ich mir bitte? Möchte ich mir bitte? Hast Du eine konkrete Vorstellung, über was genau Du im Bezirk bewirken bist? Die soziale Art, habe ich Ihnen sanitiert. Ich möchte gerne, dass diese Krankenhäuser erhalten bleiben, aber da kann man im Bezirk auch das Bezirk bringen. Da darf ich den Bruderzeit nach vorne machen. Vielen Dank. 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 Nein. Okay. Vielen Dank. Ich glaube, zu dieser Aufregung, zu diesem Themaaplex. Das ist deine Position. Meine Position ist, ich würde bei dem, also bei eigentlich allen Themen versuchen, anzustreben, dass die gesamte Bevölkerung ein Mitentscheidungsrecht hat, damit eben legal policy und dass jeder einfach durch eine Volksabstimmung bei derartigen Angelegenheiten eben seinen Recht dazu geben kann. Also ich persönlich will als Vertreter der Meinung der Gesellschaft auftreten und das möchte ich halt auch wirklich so durchsetzen. Da spielt meine eigene Meinung dazu erst dann die Rolle, wenn ich die Meinung der Bevölkerung sozusagen habe. Als Repräsentant der Bevölkerung. Die Frage ist, geht es nun auf der Wahlkreisliste weiter oben stehen? Oder ist es die Evaluierung? Willst du eher bei unten sein, damit wir ins Bildkreis einen Wahlkampf machen? Also mir persönlich ist es wirklich egal. Hauptsache ich kann eben grundsätzlich gegen die Datenerfassung und dergleichen angehen. Auch die Thematik der rechtsradikalen Geschichte so in Angriff nehmen. Also solange ich diese zwei Punkte irgendwo in Angriff nehmen kann, ist es mir wirklich egal, oder wenn ich auf der Liste stehe, ob ich jetzt halt oben stehe oder dann zurück. Familie Frage, du hast gerade gesagt, dazu kann ich noch nichts sagen, weil ich möchte erstmal die Meinung der Bevölkerung haben. Ich möchte mich erstmal absichern. Was ist die Mehrheitsmeinung meiner eigenen Betritte hinter zurück? Hast du vor, diese Art, also auch diese Position im Landtag rückzuhalten? Also überall zu sagen, ich kann es nicht sagen, weil die Bevölkerung haben noch nichts gesagt. Oder siehst du die Aufgabe von den privaten Landtagsabgeordneten auch mit einer selber Meinung zu entwickeln? Also wie siehst du da das Verhältnis zwischen einem Fraktionszwang eigener Auffassung und auf der anderen Seite direkter Demokratie? Ich werde, also ich habe heute so gesagt und ich werde dazu auch in den nächsten Jahren stehen, wenn es eben dazu kommt, dass ich gewählt werden sollte. Ich bin jederzeit erreichbar, via Mail, via Listen. Ich habe eine Internetseite, auf die jeder eigentlich zugreifen kann zu jeder Zeit. Und ich versuche halt alle Anfragen so schnell wie möglich zu behandeln. Und sicherlich, nachdem jetzt gewisse Themen anstehen und diese dann auch behandelt wurden, werde ich meine eigene Meinung auch aufgrund dessen bilden können, wenn eben die Mehrheit für eine gewisse Sache ist. Und dementsprechend werde ich halt repräsentativ vorgehen. So hat man es zumindest vor. Und ich denke auch, dass ich das auch so realisieren kann, weil sonst würde ich jetzt nicht hier stehen. Okay. Es gibt Politiker, die sehen sich hauptsächlich als Verwalter der Gegenwart. Es gibt andere, die sehen sich auch als Gestalter der Zukunft. Wo siehst du dich? Ich sehe mich irgendwo dazwischen. Doch mein Fokus liegt natürlich in der Zukunft. Denn ich stehe auch hier, weil ich mit der Gegenwart nicht zufrieden bin. Ich möchte in die Vergangenheit blicken und sagen, wir haben damals derartige Fehler gemacht. Oder jemand anders hat diese Fehler gemacht. Und die Vergangenheit verstehen, die Gegenwart realisieren und die Zukunft konstruieren. Würde ich jetzt sagen, ja. Du sagst, du bist über eine neue Plattformar-Kreifer. Wie sieht das mit abgeordneten Watch aus? Und wenn du nicht auf abgeordneten Watch bist, warum? Und die zweite Frage wäre, wie stehst du zu Datenbanken, mit denen zum Beispiel Hooligans bzw. Neonazis dann in entsprechenden Pflichtung verwaltet werden? Also zu deiner ersten Frage. Beim abgeordneten Watch bin ich angemeldet seit zwei Wochen. Ich denke mal, es ist noch nicht aktualisiert worden. Soviel dazu. Zu deiner zweiten Frage. Ich bin für freie Meinungsäußerung. Also natürlich ist es ein grenzwertiger Bereich, wenn wir jetzt von Extremisten reden, wie du jetzt so schön gesagt hast, Hooligans oder Rechtsartikale. Aber wir leben in Deutschland. Und in Deutschland ist nun mal oder wurde sehr hart dafür gekämpft, dass es eine freie Meinungsäußerung gibt. Und dazu stehe ich auch. Also das heißt, jeder sollte das Recht haben, seine Meinung frei zu äußern, ohne Probleme zu bekommen. Ich meine, mit den Datenbanken, das ist ein kleines Unterschied. Ich meine, was auch jetzt öfters mit Medien gesprochen wird, unter dem Strichwort, die Neonazi-Datei. Das meine ich. Also, dass die Personen bezogen mit den Datenbesfeicherungen verwaltet werden. Wie weit siehst du da einen kritischen Punkt so meine ich? Solange diese öffentlich behandelt werden, habe ich damit kein Problem. Also, jeder hat das andere. Ja, ich meine, darüber müssen wir jetzt auch noch streiten. Das heißt, ich sage einfach Transparenz und damit sollte es eigentlich erledigt sein. Eine weitere Zahn. Eine weitere Zahn. Da haben wir angeboten. Applaus 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 Hallo, jetzt. Jetzt kommt's. Mein Name ist Thomas Zanetti. Ich kandidiere für den Sprechkreis auf Nordwest. Ich habe eine Tochter von elf Jahren. Und bin in medienlanger Beziehung. Normalerweise bin ich leider unverheiratet, wie man so schön sagt. Ich bin seit siebenundvierzig Jahren in Augsburg. In verschiedenen Augsburger Stadtteilen. Und bin hier auch sportlich aktiv. Es ist einfach meine Heimat hier. Deswegen habe ich hier auch kandidiert. Was ich zu meinen politischen Aktivitäten sage. Ich war vorher keiner die Partei. Oder sonstige politische Bewegungen. Weder rechts noch links radikal. Ich bin also ganz normaler Durchschnittsbürger. In der politischen Ausdrucksweise. Und bin zu den Graben gekommen. Im Zuge der Terminwahl. Also jetzt vor ziemlich genau einem Jahr. Warum? Weil ich einfach politisch immer interessiert war. Nur nie irgendwie diesen Schultz getan habe. Und wenn ich die richtige politische Heimat immer gesehen habe. Weder die SPD noch CSU. Und ehrlich gesagt Brüner und so weiter. Da kamen hier Frau Conrad und auch die SPD eher nicht in Frage. Und im Zuge der Terminwahl sind ja viele von uns aufgesprungen auf diesen Zug geraten. Und meine eigene Entscheidung war. Ich hatte die Vorstellung. Da kann ich selber mich einbringen. Auch wenn ich nicht immer dabei bin. Wenn ich nicht immer auf dem Standfrist bin. Und dass das viele andere Bürger, die sich beteiligen wollen an politischen Entscheidungen eventuell auch so sehen. Man sieht momentan die Umfragen gehen ein bisschen nach unten. Und schwupps sind viele wieder weg. Zumindest halten sie sich sehr zurück. Bei mir war es mit den Stammtischbeteiligungen schon so, dass ich da sehr aktiv war. Aber was ich mir auch ein bisschen auf die Bahne geschrieben habe. Ich würde diejenigen, die sich jetzt vielleicht von diesen 4% einfließen lassen. Gerne zurück ins Boot holen. Wie man das machen mit seiner eigenen Entscheidungen. Dazu habe ich in der letzten Transparenz. Das habe ich auch schon ein bisschen was erzählt. Was ich selbst politisch sehe, ist wie die Piraten eingeschätzt werden. Wir sind ein bisschen mittel links. Und der Bereich Wirtschaft und Soziales liegt mir sehr am Herzen. Und mir ist sicherlich bewusst, dass man da als Einzelperson gewisse Vorstellungen haben kann. Nur dazu bin ich zu Art Realist. Dass ich weiß, wenn wir bewegt werden ins Parlament und ins Bayerische und auch da agieren dürfen. Werden wir nicht diejenigen sein, die alles entscheiden. Wir müssen das zum Ziel mit anderen Leveln machen. Und versuchen denjenigen, die dann die möglichen Entscheider sind. Eventuell die eine oder andere Piratenposition zu erklären. Und unsere Beweggründe zu erklären. Und dass wir vielleicht schaffen, über diesen Weg mehr Einfluss zu bekommen, als es uns dann prozentual offiziell möglich wäre. Das wäre so ein bisschen mein Weg, wie ich versuche Einflussnahme entsprechend zu generieren. Und das Interesse und der Schwerpunkt liegt sicher jetzt an Wirtschaft und Sozial. Man muss aber dann halt schauen, wer den zielzeitig interessiert. Ich könnte mir auch vorstellen, in bestimmten anderen Bereichen nicht einzuarbeiten. So ist es nicht. So, was gibt es ansonsten zu sagen? Wir treten momentan wenig ein. Aber ihr habt bestimmt noch zu erfahren. Danke. Danke. Kollege, grüß dich. Hallo. Eine Frage. Ich habe das jetzt deine Aussage so verstanden, dass du dich quasi als Türöffner siehst. für künftige Generationen, also spritt uns Akzeptanz in den Parlamenten zu schaffen, ist das so wichtig? Türöffner, eventuell vielleicht sogar Brückenkopf, weil ich möchte natürlich, dass ich jetzt hier nicht allein irgendwo in irgendeiner Delegiertenversammlung, in irgendeinem Ausschuss rum sitze, sondern ich möchte schon versuchen, meine politischen Kontakte, die ich nach allen Zeiten habe, das gebe ich gern zu, Freunde von mir sind, in den entsprechenden Parteien, in den entsprechenden Positionen und ich bin da auch ganz nah dran, vielleicht nicht in der politischen Meinung, aber es ist halt in Bayern leider so, dass, wenn man am Birtisch neben einem guten Kumpel sitzt, man den vielleicht besser beeinflussen kann, wie irgendjemand, den ich nur von der politischen Landschaft her kenne und ich weiß durchaus, dass im CSU und SPD sehr konträre Meinungen zu ganz vielen Themen herrschen, die innerparteilich gar nicht hochkommen, die aber am Birtisch besprochen werden und das sind ganz, ganz viele, die innen drin auch dagegen sind und versuchen, die entsprechenden Leute, die dann entscheiden können, auch zu beeinflussen. Es geht, ich will es versuchen und da aber auch gleichzeitig die Stimmung der Basis mitnehmen, nicht nur am Stammtisch, sondern das ist dann wieder dieses Thema Lieferung-Feedback, vielleicht kriegen wir irgendwie die Hälfte mal dazu, dass die Verwaltung kommt und sicher habe ich eigene Meinungen zu jedem Punkt, aber ich sehe mich eher als Vertreter derjenigen, die mir sagen, was sie wollen, wenn sie denn endlich mal sich rühren und mit, einfach mitmachen und das wäre vielleicht auch noch so eine Schichte. Wir kriegen sie dazu, es gibt bestimmte Konzepte, die sind am Laufen und da bin ich sehr überzeugt, in zwei, drei Jahren schaut es ganz anders aus. Kennst du Liefer-Feedback? Ja. Benutzt du es? Genau. Benutzen tue ich es jetzt seit einer Woche, weil da habe ich mein Zugang bekommen. Yes. Sollte eine Liquid-Feedback-Entscheidung entgegen deiner persönlichen Meinung stehen, wie würdest du dich bei der weltparlamentaren Abstimmung verhalten? Also, erstens mal ist der Prinzip, soweit ich es bis jetzt verstanden habe, ein Meinungsbild. Ja, also es ist noch keine Entscheidung. Wenn das mal dann der Fall ist, ohne irgendwelche rechtlichen Probleme, dann sehe ich das so, wenn es keine Entscheidung ist, die mir komplett gegen den Strich geht, wo ich sage, deswegen bin ich nicht Pirat geworden und diese Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ gering, zu sagen, dann würde ich ganz ehrlich dagegen stimmen. Würde ich machen. Aber, so wie ich es gelernt habe, es gibt viele Entscheidungen, die sehr konträr diskutiert werden bei uns und es gibt immer für jede Entscheidung tolle Argumentationen, die man selber vielleicht vergisst, wenn man am Anfang auch die Meinung hat. Also ich bin jetzt keiner, der seine Meinung vertritt, nur weil er am Anfang eine bestimmte Idee gehabt hat, aber ich lasse mich auch überzeugen. Und wenn die Argumentation entsprechend ist, gar kein Problem ist, dann ist sie halt so, wie die Mehrheit, die vielgleich. Ich bin dann jetzt ganz schnell, wenn die Zeit abläuft. Wie ist denn, würdest du weiter oben fallen, weiter unten, vorne, hinten? Also ich würde gerne weiter oben, also zumindest unter den ersten fünf Kandidaten sein, einfach aus dem Grund, weil mein Stimmkreis einer der größten ist und ich entsprengt, also zumindest unter den größten fünf ist und würde einfach sagen, dadurch, dass eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass, wenn wir reinkommen mit fünf Prozent, dass ich dabei bin, dann würde ich schon gern ausgründen, dass ich viele Menschen repräsentiere, einfach gerne weiter oben stehen. Also wer mich verfolgt, der weiß, dass ich, glaube ich, zukunftsverhältnis bin. Ich habe ja in allen möglichen Bereichen, sag ich, wo ich bin, was ich mache, was ich tue. Also die zwei Fragen hätte Thomas von mir noch warten können. Ich bin der erste in der Reihe derer, die für den Bezirk und für den Nachttag kandidieren. Das liegt an zwei Dingen. Zum einen, weil ich den Bezirk natürlich im Gehalten sein sollte und am Nachttag dann auch besser repräsentieren kann und da eine direkte Verbindungen schaffen kann, die uns in der letzten Person im Stärke, die wir haben, gar nicht mehr so setzen. Ich glaube, jeder hat es verstanden oder gemerkt, dass es gar nicht so einfach war, überhaupt genug Kandidaten zu finden. Also es hat schon auch Arbeit gekostet. Wir haben ja, glaube ich, im Donau ist auch nicht gelegen, einen direkten, das ist noch irgendwie gegangen, aber ich habe es schon gelehrt, zumindest heute noch einiges. Gut, aber kommen wir zur Landespolitik. Landespolitik ist natürlich ein ganzer Ausnahme als Bezirkspolitik. Erstens mal ist es ein Wochenjob, also sozusagen Vollzeit, wie man sagt. Das bedeutet für das Leben eines Menschen, einen gewissen Handelschein. Ich bin nach dem 40. 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 Das ist tatsächlich so, Fritz. Und fünf Jahre im Antrag. Ich bin selbstständig. Jeder sagt, hey, sag einmal, spinnst du? Was ist denn dann los, wenn du rauskommst? Und nach fünf Jahren im Wissen sein wird, ich bin so, jetzt müssen wir etwas neu machen. Das habe ich kein Problem. Ich habe mein erstes Unternehmen, Steuerfahrende, die haben ich direkt mit 16 gegründet. Das war ein Kurierdienst, legalisiert habe ich das Ganze, als ich 18 war, dann fechtig bin ich endlich. Und vorher habe ich es ja Spaß gemacht. Über diese berühmten Kilometer-Güttelung, wenn man es beim Putsch auch war, und der Schreie, was er mit gefasst hat. Und seitdem bin ich selbstständig. Gleich nach Maritur, musste ich von zu Hause raus, mit Investitionen selbst finanzieren, und so weiter und so fort. Und wollte immer auf Ende der Einstieg. 95 habe ich irgendwann der eigene Jahr gebetet. Und seitdem habe ich ihn. Aber ich bin lieber der Kapitalist gewesen, der in den Begleit von Martin Wetzel für den Sommer, mir geht es nur um meine persönliche Freiheit. Die hat mich auch irgendwann zurückerraten geführt. Denn viele Inhalte sind nicht der Regime, aber eben keine Freiheit. Es sind viele in der Neute. Und ich sehe auch viele Inhalte der Regime, aber auch keine Freiheit, weil ich selber habe, in jedem Fall bin ich selbstständig auch städt, in der Auspolizei ist. Und wenn ich das spätselte Regime, Hauptaar politische Wissenschaftler beträtigt, und internationale Städte, in dem das Recht, Staatsverhältnisse schiften also keine Falle, die schiften in Berlin nicht bei der Klaue, dass er in uns geworden ist, sondern es hat alle Dinge in jedem Fach, schiften einfach, wenn man sich interessiert hat. Und naja, wenn man auch dieses Städte, sage ich hier, warum man politisches Interesse würde, das geht ein, mit politischem Klinik zusammenzusetzen, mit der Liberalismus, die Freiheit ist ja mehr, es ist ja eng. Und ich sage es ganz deutlich, die FDP ist keine liberale Partei. Ich kenne die aus Innenansicht, das klangt sich an, war ich doch mal eine neue Mitglied, bei der FDP läuft das vermutlich noch genauso. Wir haben eigentlich keine Lust, in der Politik zu unterhalten, wenn wir uns treffen, erstens zusammensetzen, was Essen trinken und wir würden uns Kochrezepte austauschen. Jeder war es nicht. Das ist keine liberale Partei. Da kommt einer, der von den Nussetzungen und alle sind zufrieden, wenn man es macht, stärker in Landeskunde zu bekommen, wenn man sich überlegt, dass jede Ausbaubeschreibung und auch nur 100 Meter Bahnstrecken und der klinische Plan von letztlich entschieden wird, da brauchen wir sich die Wundern, dass alle Produkte, die es kürzer in Bayern gibt, wenn man mehr überwissen will, mit einem Ditte reden, da hat es alles im Kopf. Das ist die Kraft, ich habe jetzt etwas dazu gehört. Also in Bayern, in einfach mal nicht im Leben, da kann es auch wissen, was alles im Leben ist und das ist die C2-Jahre, nur weil es ist ein genannten Grund, der Mensch, alles gibt, wirklich Kleinigkeiten und werden wir zu machen für auch nicht allzu viel Geld. Stattdessen diskutiert, wenn Sie nach und eine zweite Welt in den Kliniken, die keiner braucht. Aber das ist ein bisschen in den beiden. Ja, dann haben wir natürlich auch ein großes Abwehr des Bildungspolitik. Da halte ich mich irgendwo mit dem Graus, ich habe mich und ich bin tatsächlich in meinem Sinne, ich glaube, ein Standard, bundesweit, am besten europaweit, in dem wir jetzt alle referentieren können für den Kliniken, auch geschickt, die neue Unternehmen. Und da habe ich unterstützt, was der gestern Hausvermeister gedacht, wir haben uns so weiter mir das erklärt und so weiter mir das erklärt, da finde ich vermanagement, das ist richtig so. So lange sind wir Zeit, dass wir mit zentralen Eingriffen brauchen, in der ganzen Welt sind. Ich denke, wir sind sauberer abstimmen, und das wird wirklich besser tun, weil alles was zentral ist, da bin ich mir zuerst langverfahren, der ein bisschen besser ist, Dezentralismus oder Dezembergit ist eine Kontrabezahlung in der politischen Organisation. Man würde sagen, Schubzigerheit wird. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt ein Aktisbeidnis feiern haben will. Also man bedenkt deshalb ein bisschen mehr Freiheit gerne, aber es muss nicht sagen, boah, Landespolitik ist ein großes Feld, da kann man mehr bewegen, aber es wird vielleicht auch Fragen geben, deswegen werden wir jetzt einfach Fragen noch da haben. Danke. Applaus Ja, mein Name ist Hans-Peter Freund, ich bin derzeit euer Kassen-Advent-Rezerb, kandidiere für den Landtag, sage ich, warum vielleicht, zu meinem habe ich ihn entschlossen dazu, das war ursprünglich, ich weiß, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich es mache, vielleicht dann eigentlich den, den wir das Wagner an hätten hätten müssen, das habe ich ihm gesagt, der jetzt Richtung Kämpfen gegangen ist, und ich habe gesagt, okay, mache ich es dann doch. zu meiner Person, ich bin 80, 20 Jahre jung, ich bin nach meiner Lehre als Elektriker, die ich in ganz praktisch gemacht habe, auf der ich komme, acht Jahre lang bei Bundeswehr gewesen, vier Jahre in der Treppe, vier Jahre in Meningen, auf Beuern, als Dozent von der Kirche Schule. Lange her. Da ist lange her, 20 Jahre her, inzwischen werden die ganzen aufgelöst. Anschließend, nachdem die Bundeswehr vorbei war, habe ich in einem kleinen Unternehmen angefangen, in dem ich nach einem Jahr eingestiegen bin, als Teilhaber, und seit 20 Jahren bin ich als Unternehmer tätig, als Mitgesellschafter von Unternehmen. Ich habe meistens diese Unternehmen aufgebaut und dann verkauft, geht dazu, ich bin der Kapitalist unter denen, also in dem Gegensatz zu Herrn Blechschmidt. Ich verkaufe meine Unternehmen nach mehreren Jahren wieder, aufbaute auf, verkaufe sie dann mit dem Mitbewerb, die auch noch. Die letzte Firma, die mir jetzt gehört, die gehört mir jetzt seit 12 Jahren, das ist also gut, das ist mir jetzt alles normal, aber ich bin dabei, sie abzuschutzen, es wird Zeit, dass wir das nutzen. Von daher ist Wirtschaft, also was betriebliche Sachen anbelangt, so mein Steckenpferd. Für mich ist die Freiheit, die Transparenz und die Teilhabe, die wir so propagieren, die müssen wir auch im Bereich der Wirtschaft hineinbringen. Für mich ist die soziale Marktwirtschaft, auch wenn sie ein etwas seltsamen angestaubt ist und so etwas nach Zigarren riecht, das Herr Liedenherr hat, bin ich trotzdem der Meinung, es ist die bessere Form, die wir haben, wir müssen aber lediglich die Grundrahmen schaffen, im Sinne von, damit das Allgemeinwohl eben im Vorderstrung steht und nicht ein bisschen Valoristen oder sowas, die sich durchsetzen, sondern wir müssen das Soziale voraussetzen, also nicht die Marktwirtschaft, dass der freie Handel alles machen darf, was er will, sondern die soziale Komplenente etwas mehr hineinnehmen, wir müssen die Verbraucher stärken, wir brauchen umfassende Informationspolitik, also diese ganze Gammelfleisch und Sache, die ist da gelaufen in den letzten Jahren, auch die ganze Sachen mit diesen Bäckereien, die da so etwas, naja, die Kackelacken mit verpacken haben und so weiter, das kann nicht sein, dass man das, das könnte ich jetzt auch als Unternehmer sagen, okay, es kann nicht sein, dass das wirtschaftliche Interesse eines Unternehmen vor der Information der Verbraucher steht, dass man das dahinter versteckt, dass man sagt, das geht nicht, weil da irgendwelche Leute irgendwelche finanziellen Interessen das kann nicht sein, also wenn, aufdecken und immer einmal zu viel, einmal zu wenig, von daher, bitte, also diese Information, diese Transparenz muss komplett auch in die Wirtschaft sein, nicht nur in Gemeinden und so weiter, da einen fairen Wettbewerb, das heißt, die ganzen Lobbyisten werden alle aufgedeckt, ob dort die Transparenz rein, jeder, der irgendwo als Lobbyist tätig ist, muss irgendwo sich aufen, wir brauchen eines der Sachen, die Monopole, es gibt diese viele, inzwischen sind einige abgebaut worden, aber es gibt immer noch ein uraltes Kaminkehrer Monopol, es ist zwar reduziert worden, es gibt ab 1. Januar glaube ich 2013 ist das liberalisiert worden, aber immer noch ist es so, dass ab Dezember 2012 glaube ich ist es genau, dass es immer noch einen Kaminkehrer Bezirk gibt, also eine Bezirks Kaminkehrer heißt es nicht mehr so, die Unterprüfung der Kamine wird jetzt nicht nur alle fünf Jahre, es wird alle drei Jahre gemacht, dazu kostet es mehr Geld, also das ist ja alles wunderbar, und der Kaminkehrer wird seit sieben Jahren hat sein Monopol, aber er wird europaweit ausgeschrieben, toll, wenn man das aber auch das kann man vielleicht ein bisschen verbessern machen, das ist eines der vielen Monopole oder auch das Stücksspielmonopol was hier so ging ist, wie gesagt von dem Brandweinmonopol, das Buch von der 3 Milliarden Euro in Staatsgassen spült, jedes Jahr und so weiter. Dann die Subventionen abbauen, gehören auch dazu, es gibt aber ganz seltsame auf Bayern, Bayern subventioniert 2,8 Milliarden Euro jedes Jahr an direkten Subventionen, das gehört abgebaut, da können zum Beispiel so sind Förderungen hinein, sinnlose Sachen für ein privates Radio, was gemacht wird, damit man das Dschungelcamp finanzieren kann, also das muss es Money sein, dafür kann man kein Geld im Kindergärz das ganze sein. Gut, was auch gehört, ist für mich die Ökologie als solches, wir müssen weg von diesen Verbrauch von Ressourcen, wir müssen die Nachhaltigkeit der Umgang in den natürlichen Ressourcen machen, wir müssen Umstellung auf regenerative Energien fördern und zwar auf dezentrale Erzeugung und die Verteilung auf die Dezentrale, das können wir in drei Jahren überlegeln, das ist eine Aufgabe für die Zukunft, eine Herausforderung, die wir schon stellen müssen, die müssen wir irgendwie lösen, weil sonst stehen wir in der Europäischen Dunkel. Steuern ist nicht etwas Sache, die wir auch vereinheitlichen müssen, und so weiter, aber, das ist eher Sache, die kann man, viele Sachen natürlich in Bonn, oder in Berlin, wie alt ich noch bin, in Bonn, für mich ist es immer in Bonn, auch dort kann man bei Ihnen einarbeiten, auch von der Landespolitik aus kann man nach Berlin arbeiten, man kann auch dort so ganz ungehört und so kleines Lichtsamer ist auch nicht, dass wir dann nicht entsprechend auch die Auswirkungen nach Berlin schaffen. In dem Bereich Steuern müssen die ganzen Ausnahmen, die ganzen Sonderregelungen für irgendwelche plötzlichen Schiffe haben, einfach weg. Der Arbeitsmarkt muss diese, ja, der Arbeitsmarkt muss nicht weg, das ist eine tolle Sache, das geht nicht ganz. Und was man wegkommen muss, ist die Idiotie, zu glauben, ist eine Volksbeschäftigung das Maß aller Ziel, ist, das kann es nicht sein, was wir machen müssen, ist, wir müssen die Arbeit, die wir haben, geregter verteilen. Und es kann auch nicht sein, dass wenn jemand 100% Arbeitsleistung macht, dass man eigentlich einen Arbeitsmarkt an der Arbeitsgrenze kräpst, umkräpst und andere, ja, die vielleicht weniger so ein bisschen erfüllt. Also das, diese Umsatzverteilung der Arbeit, besser oder besser Bezahlung, auch der Mindestlohn ist so eine Sache, die kommen müsste, aber, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, das gibt mir ein Schluss dazu, zu den Sachen, in dem Bereich Wirtschaft gibt es nichts, ich hoffe, dass auf dem nächsten Bundesparteitag ein entsprechendes Wirtschaftsprogramm beschlossen wird, jetzt mal endlich, bei dem Bereich ist es verbunden Internet unterwegs und Transparenz in die Richtung, aber die Wirtschaft wird momentan ein bisschen ausliefern lassen. So, um zwei Minuten Zeit für Fragen in die Richtung. Also sagen wir es mal so, nachdem ich vorher ein Unternehmen zu verkaufen habe, der erste Eindeutig. Wenn ich Landtagskandidat bin, kann es da bin ich weniger als jetzt. Das ist für mich finanziell ein Rückschlag. Nein, also für mich ist das, wenn Landtag ein 100% Job, keine Ausnahmen, keine Regeln, kein nichts, dann wird man unser Leben verkaufen, das ist vorhin die Wege geleitet, übrigens zwei momentan, ein Olding-Richtenstein. An jeder in den Nachlesen steht überall in jeder Bilanz. Also wie gesagt, so nicht Platz, kein Problem damit Platz 1 oder 2, wie auch immer. Aber nicht der erste. Ich hätte noch eine Frage, nachdem du arbeitgebert bist, wie du zu den 15-Grund ankommst. das BD-U-Skunde war dabei, als wir es beschlossen haben, das BD-U-Skunde auf diesem Parteitag. So wie wir es beschlossen haben, ist es ja ein langer Weg, wir wollen ja zuerst das Ganze durchdiskutieren und dann am Schluss über eine Enquete-Kommission. Ich bin, so wie wir es beschlossen haben, dafür. Im Einzelfall auch, weil ich, wie gesagt, diese Vertragung, das kann nicht sein, dass man mit 100% genau, mit 100% Arbeit das kann nicht sein. Wenn man Gericht arbeitet, das ist okay. mit 100%. Und das ist okay. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, Vielen Dank auch an die ganzen Augeleute, die die Technik machen, die das Ganze hier vorbereitet haben, die teilweise seit 3 von 8 da sind. Super, vielen Dank, das ist wirklich ausüben. Dankeschön. Kurz Vorstellung von mir, für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Darth Brötczyk, ich bin selbstständiger SAP-Berater, ich bin 40, bin verheiratet, ich bin seit 2009 berat und seit 2011 bin ich der Vorsitzende im Bezirksvorstand in Schwaben. Im August haben mich die KV-Aufsuchtberatung zum Stimmkreis-Kandidat zum R1 gelegt, dafür nochmal vielen Dank. Der Rest steht im Wiki, beziehungsweise kann sich auch an der Webseite oder www.adventure.de auch vorstellen und mir das Grillbrief angeschaut werden. Mein Name im Wiki ist Switch2Mac, also Switch2Mac. Falls da noch jemand Fragen hat, dann machen wir das nicht. Leute, die Schonzeit ist jetzt vorbei. Der Wahlkampf beginnt mit dem heutigen Tag. Und dabei ist der Gegner nicht der Pirat auf irgendeiner Meldungliste, ist nicht der Gegner an einem Stammtisch oder ist nicht der Kandidat, dessen Nase an die Licht. Lasst uns uns gegenseitig unterstützen. Nur dann haben wir eine Chance im Wahlkampf und nur dann können wir den Wahlkampf auf der Vollrecht gestalten. Das gilt für jeden Kandidaten, ausnahmslos jeden Kandidaten. Alle wurden basisdemokratisch von den Mitgliedern bestimmt und nicht von irgendeiner Kommission. Gegner haben wir genug. Zum Beispiel die CSU. Die CSU, die es geschafft hat, 10 Milliarden Euro in der Landesbank zu versenken und jetzt bis 2030 tatsächlich die Bayern schuldenfrei machen wird. Dass dabei die Kommunen finanziell im Nachhinein der Gegend des interessierten Finanzminister Söller ein Scheiß trägt. Und auf Kosten der Gemeinden, auf Kosten der Gemeinden, die teilweise immer wieder die Dächer von öffentlichen Gebäuden flicken können, soll sich hier der Freistaat gesund stoten. Aber die CSU hat noch andere Qualifien, wie den Innenminister Herrmann, der bewusst Bürgerrechte im Internet missachtet. Und im Zweifel eher an Rechtsdruck begeht, als an die Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht sich zu halten. Unterstützt wird er dabei von einer FDP. Die FDP, die kodiert sich so gerne als Bürgerrechtspartei. Dabei haben sie den verfassungsfreundlichen und bürgerrechtsfreundlichen Einsatz des Bayern-Flojaners im Landtag gutgeheißen. Aber wahrscheinlich ist es bei der FDP tatsächlich so, dass Bürgerrechte und Bildung nur für Paralleliers oder für Ärzte sind. Also für Leute mit Einkommen. Weil es sind die Profis der FDP, die tatsächlich wollen, dass der Geldbeutel von den Eltern darüber entscheidet, ob ein Kind studieren kann oder nicht. Auf der anderen Seite, den haben wir dann auch an die SPD. Für was stehen die nochmal? Nur so zur Erinnerung, Vorratsdatenspeicherung, Part 4, Angriffskräger oder die Rente mit 67. Wir hatten nur einen kurzen Abstecher in die Bundespolitik. Jetzt haben Sie einen Kanzlerkandidaten gekürt, der genau dafür steht, nämlich Peer Steinböck. Er hat ein offensichtlicher Problem mit seiner Transparenz im Amt. Es ist nicht schwierig, die Steuererklärung zu zeigen. Und ich finde, das wird zur Transparenz von Amtsträgern. Wer will, mir ist meine, ihr könnt es gerne reinschauen. Aber Steinböck hat auch noch ein problematisches Verhältnis mit der digitalen Welt. Weil dessen Vorstellung von der digitalen Welt hört irgendwann CD-Player auf. Und dieser Mann soll tatsächlich als Kanzler Deutschland im 21. Jahrhundert die digitale Wände führen. Das ist lächerlich. Aber kommen wir zurück nach Bayern. In Bayern hat den Sozialumgraben es tatsächlich geschafft, mit Ude aufzustellen. Mit Christian Ude, der es also gerade so schafft, ohne Navi nach Erdin zum Flughafen rauszufahren. Aber nirgendwo anders. Und Bayern bestehen und machen nochmal mehr aus als der Stadt München. Schauen wir uns die Grünen an. Die Grünen und der Janicek. Statt alternativer Politik zu machen, zum Beispiel mit uns zusammen, beim Volksbegehren gegen Studiengebühren, ziehen die Grünen und der Janicek es vor, dieses Thema in den Wahlkampf zu verschleppen, damit sie überhaupt ein Thema haben, das nicht auf Gebote und Verbote besteht. So sieht grüne alternative Politik aus. Parteipolitik und Angst vor Piratikerpolitik. Und die Zeche zahlen die Studenten bzw. deren Eltern. So, die Hubsi-Eiwanger und die Freien Wähler lassen weg. Das ist die zweite Beziehung. Gut, da braucht man immer viel mehr zu sagen. Das sind also die Profis. Das sind die Profis, die es geschafft haben, dass bei der letzten Landtagswahl 58% nur gewählt haben. 42% der Wähler haben das vorgezogen, nicht zu wählen. Freunde, bei solchen Profis bin ich gerne Amateur. Bei solchen Profis brauchen wir mehr Amateure im Landtag. Bei solchen Profis brauchen wir Piraten im Landtag. Und zwar ganz dringend. Wir brauchen eine Politik im Landtag, die transparenter wird. Damit wir die Bürger mitnehmen und mitbeteiligen können. Wir brauchen das ganz dringend. Weil sonst werden wir die Zukunftsprojekte nicht mehr gegen den Willen der Bevölkerung durchsetzen. Ich möchte aber auch, dass das Internet als Plattform der digitalen Gesellschaft vor staatlichen und privatwirtschaftlichen Übergriffen geschützt wird. Wir als Bürger haben ein Anrecht darauf, auf Anonymität. Wir haben ein Anrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und wir haben ein Anrecht auf Schutz vor Bespitzelung. Egal vom Staat oder von der Wirtschaft. Aber wir brauchen auch ein modernes Urheberrecht. Für die digitale Gesellschaft. Es sind die Gesellschaften, es sind die Unternehmen, die mit ihren analogen Geschäftsmodellen an der digitalen Welt teilnehmen wollen. Nicht umgekehrt. Deswegen müssen die Geschäftsmodelle der analogen Welt angepasst werden. Und nicht die Freiheitsrechte der digitalen Welt. So, kommen wir zum nächsten Thema. Wir müssen auch in der analogen Welt, in der Realwelt was reden. Wir brauchen gut ausgebildete Menscheninweite. Und dafür brauchen wir gute und kostenlose Schulen und Universitäten. Wir brauchen gute, motivierte und gut bezahlte Lehrer und Erzieher. Und wir müssen den Studenten und den Studenten die Zeit geben, dass sie auch lernen können. Und nicht sie durch die Schule durchfalten. In der Arbeitswelt brauchen wir eine Rechnung. Es ist heute schon angesprochen worden, wir brauchen ausreichende und faire Löhne. Nur dann werden wir die künftigen Generationen vor Altersarmut schützen können. Denn wer heute keinen ausreichenden Lohn bekommt, der kann keine ausreichende Rente im Morgen bekommen. Da muss man gar nicht schicken, dann kann man das Land, wenn man eins und eins zusammenzählt. Und wir müssen aufhören, uns in die Taschen gewinnen zu lassen bei dem Thema. Denn wer heute die Gewinne mit den Renten von morgen subventioniert, der privatisiert Gewinne von Unternehmen und sozialisiert Verluste. Und das müssen wir ändern. Ganz dringend. Genauso wie wir ganz dringend die Jahrzehnte lang in Politik der Prohibitionen verändern müssen. Seit mehr als 40 Jahren beweist Politik, dass das nicht funktioniert. Kriminalisierung von Sucht funktioniert nicht. von Hildgängern, außer dem organisierten Verbrechen. Wir wollen eine Entkriminalisierung vom Grundkonsum, um den Teufelskreislauf zu beenden und durchzurechnen. Wir wollen eine aktive Drogenpolitik und keine Alibiepolitik. Jetzt die schlechte Nachricht. Wir werden das alles nicht auf einmal umsetzen können. Garantiert nicht. Aber wir können in einer offenen und transparenten Politik im Landtag den Druck auf die gängige Politik hochhalten. Ich möchte das für euch und mit euch zusammen im Landtag tun. Deswegen bewerbe ich mich auf dem Spitzenplatz. Platz 1, wenn ihr es wollt. Ich sehe aber auch, dass diejenigen, die auf Platz 1 bis 3 sind, die verackern ganz Schwaben. Die haben die Aufgabe, die Piraten vor Ort zu unterstützen. Das ist mein Anspruch. Ich bin jetzt lächelnd mit euch. Und ja, wir haben. Auf geht's. Lasst uns den Landtag kommen. Danke. Applaus Ganz kurz, Koalitionsmöglichkeiten. Wie siehst du die Rolle der Piraten, deine Rolle in deinem Landtag, mit dem Parteien, über die du gerade vorhin ja gesprochen hast? Koalitionsmöglichkeiten. Ich denke, wenn wir eine Koalition machen, dann geht es nur mit Rot-Grün. Ob der Hubser-Aiwanger da auch mit dabei sein will, ich weiß nicht. Ich befürchte eher, dass die Freien Wähler sich als Steigmittelhalter vom Seehofer beertifizieren werden. Aber ansonsten, Koalitionen, ja. Weil eine Tolerierung wird uns nur dazu bringen, dass wir unsere Positionen, die uns wichtig sind, unsere Kampfpositionen nicht durchsetzen können. Und als Schimpfi für andere Positionen es braucht werden. Auch ganz kurz, du nimmst den Switch to Mac. Hast du da den Missionscharakter? Oder geht es einfach nur darum, du willst sagen, ich bin Apple-Fan, aber mir ist egal, was die andere verwendet? Nein, das war meine frühere Stitcher-Seite für von Windows-Seite zu Windows-Seite. Ansonsten ist das scheißegal, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr hingehe. So lange ist das Windows-Seite. Du bist der Traum, wenn du gerade verkommst. Wenn mich die Piraten reinwählen, und wir geben keine Besatzung. B-Satzung. Wir geben keinen Satz an. Okay, wir haben einen Satz. Ne, passt doch. Passt. Hallo erstmal, mein Name ist Michael Preuse. Ich komme aus dem Kreisband Neuböhn. Ich bin ein Direktkandidat. Ich bin seit 358 Tagen mittel der Piraten. Ich werde dann Hauptschule, Wirtschaftsschule, Großkolleg, Schulium. Schulium war Produktionstechnik leider nicht bestanden. Ich bin seitdem arbeitslos, arbeitssuchend. Und man hat aktuell einen Standpunkt. Äh, aktuell einen Togen. Beim Herzen beim Rollen bin ich Sachsmeister. Ich bin eigentlich auch in die Finanzen. Hier. Läuft einwandfrei aktuell. Wenig zu tun. Hätte mehr auf aktuell. Mehr Arbeiter. Also, das hoffe ich, mit dem Landtag ausüben zu können, dass das ein bisschen mehr tun darf. Ähm, meine Position, wo ich mich gerne einbringen will, wäre Sport und Bildung. Man sieht es ja an mir, wenn es extrem Sport ist. Nein, es gibt genug Sportarten, die auch Dicke machen können, die nicht so auf die Läden gehen. Nein, nicht Sachsmeisternschaft, aber nein, nicht Sachsmeisternschaft. Nein, auch in den E-Sportbetreibern. Ich spiele auch gerne Kulturen. Nein. Es gibt genug Möglichkeiten außerhalb der Wohnung, wo man machen kann. Das ist ja ein Thema von mir. Das andere ist, ich komme zwar aus der Stadt Neumann, aber da am kleinen Vorort. Und da ist die Breitwandanbindung aus Kentschlecht. Ich habe auch mit anderen Leuten geredet in meinem Kreis. Und die sagen Internet, das ist das. Wir haben, wir maximalieren die N noch. Und seitens von DSL ist das immer noch nicht so fricken. Vor allem mit zwei N wird es man auch nicht mehr aktuell, man kriegt zwei Daten, aber man kann teilweise immer noch mit dem Handeln in den Einzelnen beißen. Die ankommen. Die Frage von David Sirtzeck bereits mal vorwegzunehmen. Mein Listenplatz wäre irgendwo in den ersten Schirm anzusiedeln, wo ich der Dinnung kommen würde. Das Letzte, was ich noch fragen würde. Ich bin ein verdammt guter Ruhörer. Ich rede nicht gern, ich höre lieber gern zu. Das ist als Politiker eine Fähigkeit, die du kaum einbeheerst. Die reden einfach nur und haben am Ende keine Ahnung, was sie dran schätzen. Dann sehe ich das wieder. Du hast angesprochen, du willst sie für Sparta nicht besetzen, nachdem das nicht für Chaco oder E-Sport ist. Was willst du in dem Bereich Sport alles machen? Sport, der Ausbau von Schwimmhallen und so weiter, dass da ein bisschen besser und hier ausgebaut wird. Vor kurzem haben wir es im Grunde gehabt. Damals Atlantis konnte man mehrere Jahre lang fast nicht betreten, wenn man nicht Angst hat, Fußpilz oder gespannt zu werden. Jetzt geht es uns in die Bissenszeit wieder. Jetzt haben sie in die Rechte gewechselt. Aber es fehlt einfach was. Es fehlt einfach die Motivation von vielen Leuten, was zu tun. Das war es dann vor allem der Ausbau von Sportstätten von Angeboten davon. Ja, auch für etwas für gemächtliche Leute wie uns beiden. Perfekt. Transparenz. Wie stellst du die Transparenz als Landtagspartner? Transparenz, ich habe die Wikiseite. Kein kleines Online-Sign, jede Einnahme mit. Persönliche Transparenz. Okay, zum Beispiel die politische Transparenz. In der politischen Transparenz, ja, wie soll man sagen, Abstimmungen, also erstmal alles öffentlich, die ganze Abstimmungen öffentlich machen, dass man sieht, was abstimmt wird und wofür es ist. Dann findet auch die Möglichkeit, Gesetze so zu machen, dass auch jeder verständlich ist. Kein Juristenwurzel mehr enthält, das kaum noch einer versteht. Es ist so. Es ist wirklich so. Und dann halt auch schauen, dass die Ausgaben, wir schauen auf die Finanzen schauen, dass man die auch noch online kriegt. Weil man weiß, das macht das schade, aber wo ist genau alles im Friesen? Wo ist die Zeit nicht schön? Wo ist die Zeit nicht schön? Wo ist die Zeit nicht schön? Sonst noch eine Frage? Dann muss man hier so schließen. Nein? Das ist eine Wünste-Spanne. Applaus Oh, Südbayern. Macht nichts. Da stimmt was nicht. Stimmt doch. Ja, Ahoi, liebe Piraten. Ich bin der Herz, Andreas. Im Gegensatz zum SPD-Kanzlerkandidaten der Steinbrück, der Steinbrück so rum, halte ich Transparenz nicht für Diktatur, wie er es vor kurzem schon genannt hat, sondern für gelegte Demokratie. Das ist dann im Endeffekt auch mein Motto. Vielen Dank an Herrn Steinbrück, dass er da die Stahlvorlage liefert hat. Ich weiß noch, 2007 da hat man den Fisch gegründet. Es gab mal den ersten Stammtisch in Augsburg. Es waren ganz kleine Haufen, größtenteils Computerfleet oder sonstige aus dem akademischen Bereich. Und jetzt sehe ich mittlerweile ein paar wenige Jahre später, die Piraten sind in den Landtagen, die Piraten haben die Chance, den Bundestag einzuziehen. Es sind von wenigen hundert auf 40.000 Mitglieder angewachsen. Es ist einfach klasse, was da in den letzten Jahren entstanden ist. Und ich freue mich, Teil dieses Projekts zu sein, in dieser Bewegung, und würde es gerne auch noch weiter voranbringen. Kurz noch zu meiner Person. Ich bin 25, ledig aber vergeben. Ich bin Diplom-Informatiker, arbeite momentan bei einer Software- und Systementwicklung im Open-Source-Bereich. auch beruflich sozusagen die Grundsätze der Piraten verschrieben. Ich habe keine Mitgliedschaft in anderen Parteien gehabt. Die einzige Mitgliedschaft, die vielleicht für einige interessant sein könnte, ich bin auch im Carsten-Hüter-Club aktiv, schon ein bisschen früher als bei den Piraten. Auch da geben sich natürlich gewisse Übereinstimmungen und Überschneidungen. Ich möchte einige thematische Sachen ansprechen, die ich gerne mit euch zusammen an dem Landtag umsetzen würde, soweit es möglich ist. Einiges davon haben wir auch schon als Positionspapier beziehungsweise Programm beschlossen. Einiges soll noch aus 2010, aber ich denke, die Grundtendenzen bleiben. Ich denke, Transparenz freue ich mich wieder zu sagen. Das ist unser Haupt-Kredo, das Bild umzusetzen, sowohl bei uns als Abgeordnete, wenn wir dann in den Landtag kommen. Das heißt, ich stehe auf jeden Fall zur Verfügung, dass wir den gläsenden Abgeordneten machen, dass ich mein Abstimmungsverhalten, meine Treffen, egal mit wem, veröffentliche, dass ich auch ständig den Kontakt zum Bürger und zur Basis suchen kann über alle möglichen Plattformen. Das Internet macht es dann natürlich möglichst einfach. Das heißt, ich bin auch dafür, dass wir dann funktionsintern vernünftige Plattformen machen, dass es auch möglichst einfach die Leute nachvollziehen können. Wie schaut die Arbeit aus? Was für Arbeit machen wir da? Und wie können die Bürger sich an uns wenden? Ja, die informationelle Selbstbestimmung ist unser Ziel, die auch in die Verfassung mitzubringen, dass jeder selber darüber bestimmen kann, was mit seinen Daten passiert und er auch das Recht hat, zu erfahren, wo die Daten sind und was mit ihnen passiert und das noch weiter ausbauen und stärken. Ja, wir haben selber gemerkt, das Wahlrecht ist nicht ganz so einfach. Wir haben es mit unseren Aufstellungsversammlungen gesehen. Ich denke, da haben wir einiges auch im Wahlrecht noch zu verbessern, auch im Landeswahlrecht. Auch wenn wir ein sehr demokratisches Wahlrecht haben. Ein Schritt wäre auch, das Wahlrechtalter abzusenken. Im ersten Schritt mal auf 16. Halte ich auch sehr, sehr sinnvoll. Ich hoffe, dass wir das eventuell auch durchbringen. Und sich in Berlin scheitert aus Koalitionszwängen, wo auch alle Parteien sind. Und wir haben uns auch hier ein ganz wichtiges Thema für mich, was auf einer der Ausschüsse wäre, der mich interessieren würde. Wir haben ja aktuell zwölf Ausschüsse im Bayerischen Landtag. Das wäre der Ausschuss für Hochschule Forschung und Kultur beziehungsweise der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport, wobei es mit der Hauptsache in Bildung und Jugend geht. Wir haben die tolle Aktion mit den Kinderliederbüchern gestartet. Ich denke, diese Tendenz mit Creative Commons werden, sollten wir auch in die Bildung mit reinbringen. Das heißt, das, was auch jetzt Polen schon vorangebracht hat, wenn wir als Staat oder als Bürger für Lernmittel aufkommen und zahlen, dann sollen die auch geprägt unter freien Lizenzen gestellt werden, sollen produziert werden und sollen dann auch von den Lehrern mitgestaltet werden und auch angepasst werden können und auch kopiert werden können. Da sparen wir übrigens auch Geld, wenn die Leute mal fragen, wie geht es um die Finanzierung? Ich finde das Projekt Linux in München eigentlich ein ganz guter Weg mit freier Software Unabhängigkeit zu schaffen, dass wir unabhängig werden, dass wir das Event auch ganz bayernweit hinbekommen in der Verwaltung und Kommunen, dass wir da zum einen Geld sparen und auch aus der Abhängigkeit von bestimmten Softwarefirmen rauskommen und auch lokale Firmen damit fördern können. Ja, ganz wichtig ist der Zugang zur digitalen Kommunikation. Wir sind in der digitalen Gesellschaft, das heißt, jeder sollte da auch ein Recht drauf haben, so wie die Leute ein Recht drauf haben, einen Fernseher zu besitzen, auch wenn sie nur Sozialhilfe bekommen, sollten sie auch das Recht auf Internet erhalten. Dazu zählt auch ganz klar, dass der Breitbandausbau noch weiter forciert wird, und zwar mit sinnvollen Technologien und nicht mit irgendwelchen Sachen, die nur so halbwegs funktionieren. Zum Teil gibt es schon gute Konzepte, die funktionieren, aber es ist noch viel auszubauen. Ja, in den Schulen haben wir noch viel zu bessern, dass einige Schulen sehr viel Kohle haben, die anderen ja weniger Kohle, das ist gerade zwischen Stadt und Land eine Differenz, auch das muss angefangen werden. Wir müssen die Bürgerentscheide respektieren, so wie es andere Politiker sagen, auch, da gibt es einen Bürgerentscheid, die Bürger sind gegen das Projekt Y, das ignorieren wir halt, das geht nicht, das kann nicht sein, wir haben zu respektieren, wie die Bürger zu entscheiden, auch wenn es eventuell nicht uns gefällt, sondern das ist einfach so, der Bürger hat das entschieden, dann hat man aber auch die Legitimation dazu. Ja, ich bin auch dafür, so auch für den Neizismus, für die Trennung von Staat und Kirche, weil es so viele werden in Bayern machen können, Bayern ist da sehr verwurzelt, aber ich denke, hier sollten wir das klar trennen, denn Religion ist die Partsache. Im Bereich der Migration haben wir noch sehr viel aufzuholen, wir haben es auch an einem Vortag vor wenigen Wochen in Schaubünden gesehen, dass im Bereich Asylmigration noch extrem viel zu machen ist, auch da sehe ich uns zur Aufgabe in dem Landtag da wesentlich mehr für die Bürger zu tun. Drogen- und Suchtpolitik wollte ich nicht groß eingehen, finde ich das, was wir beschlossen haben in beiden Bereichen, die auch zu trennen sind in gewissen Punkten, finde ich super, sollten wir so durchziehen und auch wenn die Union immer so gerne auf innere Sicherheit taucht, auch wir Piraten finden innere Sicherheit prinzipiell gut und mit einen Punkten, die wir aus dem Drogen- und Suchtpolitischen Programm umsetzen könnten, könnten wir zum Beispiel in bestimmten Bereichen die Verbrennungsrate senken, weil es ein weniger Mord, Totschlag etc. Ein Themenpunkt, der leider oft untergeht, ist Barrierefreiheit. Wir hatten es heute schon einmal erwähnt. Ich finde es ganz wichtig, dass das Thema wesentlich mehr Öffentlichkeit bekommt, dass auch die Barrierefreiheit auf allen Ebenen noch besser umgesetzt und gefördert wird. Ja, im Bereich Innere Sicherheit sind noch einige Punkte, die wir umsetzen sollten, was wir auch als Positionspapiere haben, die Identifikation der Polizisten, besseren Schutz bei Versammlungen, auch das Versammlungsrecht in Bayern wieder mehr aufzulockern, dass wir uns auch mehr erleichtert und nicht zwei Leute schon in Versammlungen bilden. Im hochschulpolitischen Bereich werden Sachen wie die verfasste Studierendenschaft wichtig, dass wir gegen Studiengebühren sind, sind auch ganz klar, wir haben auch preis gesammelt, dafür auch noch mal vielen Dank an allen, die mitgeholfen haben. Open Access, auch in der Wissenschaft und Forschung, ganz klar, wenn wir das schon zahlen mit öffentlichen Geldern, dann hat es auch alles öffentlich zu sein und auch diese Bindung zu den Verlagen muss endlich aufgebrochen werden, was ja auch zum Teil schon geschieht. Ja, das sind so die Themen, die ich mir wünsche oder einen Großteil davon, die ich mir wünsche, dass wir den reinbringen. Was noch schön wäre, wenn wir auch in die Datenschutzkommission im Landtag reinkommen, das wäre super. Ja, ich selber bin, denke ich, ein ziemlich guter Teamplayer. Ich habe das, glaube ich, in den letzten Jahren auch gezeigt. Wir haben den Bezirksverband gegründet, wir haben den Kreisverband gegründet, wir haben viele Sachen zusammen gestaltet. Ich kann sowohl Dinge organisieren, das heißt auch im Leitendenbereich was machen, ich kann aber auch einfach bei den Dingen einfach mithelfen. Mir ist es ganz wichtig, dass wir zum einen unsere Basis mit einbeziehen, auf allen möglichen Wegen, die wir haben, ob das irgendwann mal nicht betrifft ist, sei mal dahingestellt, das wird sich zeigen, aber ich denke, wir haben da viele Möglichkeiten und sollten es auch machen. Wir sollten aber auch das Volk mit einbeziehen und da wirklich alle mit ins Brot holen und uns wirklich überlegen, was können wir machen, dass wirklich alle mit da teilnehmen können. Die Fraktionsarbeit, habe ich schon gesagt, komplett Transparenz gestalten und dann eine Minute 30. Sage ich erstmal vielen Dank, jetzt noch Fragen und lasst uns den Landtag ändern. Danke. In deiner Richtung noch mal die Frage, wie siehst du das Verhältnis zu anderen Parteien, mögliche Koalitionen eher draußen bleiben als Piraten, Prolierung oder Koalition, falls es sich anbieten sollte? Ich kann mit einigen Modellen leben. Ich kann mit dem Modell, was David genannt hat, leben, dass wir zusammen mit dem Rot-Grün arbeiten. Ich könnte auch mit einer Tolerierung leben und ich sage, das könnte eventuell auch gut gehen, wie man schon ein Speß wie Volstein sieht. Perfekt ist da kein Mittel. Ich denke, dass wir mit der Union am wenigsten Übereinstimmungen haben. Es ist nicht schwer, mit denen in die Koalition einzugehen. Ansonsten würde ich da einfach auch die Basis befragen, wie die Basis es sieht und dahingehend mich dann positionieren. Die Transparenz, zum einen, ich bin auf der Watch-Plattform schon mit drauf, wenn wir Fragen stellen und wir planen ja auch die Kandidaten-Plattformen. Ich denke, das brauchen wir nicht nur werfen Wahlkommens, sondern auch danach, dass wir ständig erleichtbar sind, die Plattformen und auch unsere Arbeit transparent gestalten. Was machen wir? Wie stimmen wir ab? Und auch die Gehälter- Transparenz machen. Das ist kompletter. Der Große. Danke. Eine Durchsage vorher. Es gibt jetzt draußen gelegte Sende. Greift bitte reichlich zu. Und dann der Herr Spell an, bitte. Ich musste mir leider alles aufschreiben. Ich bin nun fast 64 Jahre alt, aber mich nicht für Politik interessiert und dann vor einem Jahr doch auf diese Piraten gesetzt. Die Heuer ist verschwindend gering und die Arbeit dann immer mehr. Ich bin zu Anfang nur von wüsten Gelagen, die ich ja unten geträumt habe, von schnapp zu wüsten Weibern und von Höhen und von Herberfahrten. Und die alte Fregatte längs hat das Einleitern bringen, die wurde sehr schnell besser. Heute verbringe ich wahnsinnig viel Zeit, da wie es wegzuschrauben, Tau zu schließen und Säge zu flittern. Der einzige Gegner, der im Moment in Sicht ist, das sind die eigenen Kameraden, vor denen viele gar keine Lust haben, bei uns mitzuarbeiten. Sie sitzen lieber unter dem zusammen und führen unendlich in Basisdemokratie so transparente Debatten, nur aktiv bei uns mitarbeiten, was nun nicht. Aber inzwischen so glaube ich zumindest bin ich ein richtiger Piratführer. Ich habe inzwischen wahnsinnig viele tolle Piraten kennengelernt, die unsere Ideale wirklich vorlegen, träumen und bereit sind, dafür obzuzählen. Eine Mischung wilder Kerle, die nur ein Ziel vor Augen haben, dass wir eine neue Gesellschaftsoffenschaften, in der es sich dann auch für unsere Kinder und Enkel wieder lohnt, zu leben, basisvariant wird, transparent fährt. Und ich denke mal, dafür lohnt es sich gut zu kämpfen und auch etwas zu investieren. Sicher bin ich längst mit allem einverstanden, was und wie es von einigen Piraten vorgelebten der Traum kommt. Ich bin sowohl ein Online- wie auch ein Offline- betrachtet. Für mich sind zum Beispiel wie die sogenannten Offline-Wähler im Moment viel wichtiger als die Online-Wähler. Menschen, die online sind, erreichen wir Piraten relativ einfach. Das haben wir alles im Griff. Sie sind meist auch auf unserer Welt. Aber die riesige Menge Bürger und Wähler, die noch nicht im Internet liegen, die noch nicht an die Allmacht der weltweit glauben, ich auch nicht, aber die trotzdem längst nicht mehr damit einverstanden sind, was in unserer Gesellschaft alles abläuft. Diese Gruppen sind es, die für mich interessant sind. Aber natürlich sind die viel, viel mehr zu überzeugen. Hier gilt es meiner Meinung nach den Erdbebel verstärkt anzusetzen. Info-Stände, Info-Abende, die bestimmten Kernkliniken, Papier-Infos wie Flyer und Fässer-Mitteilungen. Alles das, was sich außerhalb des Internets oder der Zone zwischen Piraten und Normalbürger bewegt, die ganz normale Weltseiten oder Internet-News erlauben. Den piratenmäßigen Online-Wahlkampf, den sollen unsere IT-Piraten führen. Das können Sie, und damit bin ich nicht unbedingt beschäftigt. Ich will raus auf die Straße und ran an den Wählern. Ich habe 25 Jahre einen Vertrieb gemacht, erklärungsbedürftige Investitionsbüter, die man den Kunden erst mal erklären muss und verkaufen muss. Das kann ich. Und unsere Politik ist die Antwort. Wir müssen es dem Kunden rüberbringen. Er muss den Wert erkennen und wir müssen sein Bedürfnis dann erwecken. Und darum denke ich, dass ich ein verdammt Buben nachfangen werde. Unser Produkt ist klasse. Nur mit unserem Produkt kann der Bürger langfristig seine Bedürfnisse befriedigen. Und unser Produkt kostet nicht einmal mehr als die geklonten Produkte. unserer Wettbewerber. Denn die steckte voller Pestizide, Gehtechnik, fehlerhafter Technik, billiger vorbehen. Nach außen hin auf den ersten Weg schön anzuschauen, aber sie halten nie das, was sie in der Wahlwerbung versprechen. Sie wurden nur erschaffen, um mit möglichst wenig Einsatz einen optimalen Bedienung zu erzielen. Und der Dumme am Ende ist der Kunde. Naja, der Kunde ist in unserem Fall der Wähler. Wofür stehe ich besonders und was mache ich aktiv bei der Piraten? Ich bin aktiv angefangen am stammlichen Langzeitbreit, besuche aber auch ab und an die stammt in den Ausbruch Eichler Friedberg und Gilder. Mein Hauptinteresse liegt in den Bereichen Energie und Arbeit und Soziales. In der Energie, ich habe die AG Energie in Augsburg zu meinem Leben erweckt und ich arbeite seit sechs Monaten ungefähr aktiv in der Bundesrepublik Energie mit. Wir haben ein Wahlkampfprogramm ausgearbeitet und einiges davon wird hoffentlich auf der Bundesvertreterin Buchung abgestimmt werden. Im Bereich Arbeit und Soziales habe ich engen Kontakt zu den Sozialpiraten in NRW. Ich stimme grundsätzlich für das BGE und ich habe in Hessen auf einem Regal-Meeting einen Piraten aus Baden-Württemberg getroffen. Der hat mir dieses BGE mal richtig erstmal erklärt und ich habe es wirklich kapiert. Das bürgerliche Grundeinkommen ist ungefähr so wie der Bau einer Kathedral. Das wird nicht innerhalb von zwei, drei, vier Jahren haben. Kathedralen haben Jahrzehnte gedauert. Und die kann man nicht einfach hochziehen, sondern man braucht Hilfsberüste. Sonst stört das Ganze nämlich frühzeitig wieder zusammen. Und einige dieser Hilfsberüste haben in unserem Fall so Namen wie Mindestankommen, wie Beschränkung der Leiharbeit, wie die Reformierung der Agentur für Arbeit. Es kann nicht sein, dass Leute in einen Euro-Jobs geschickt werden oder zum fünften oder achten Mal ein Praktikum bei der gleichen Firma machen. Und es kann nicht sein, dass ein kleiner Sachverarbeiter, der vorher bei der Post oder bei der Bahn war, plötzlich in seinem Ermessen liebt es, ob dieser Mann jetzt einen Abzug bekommen, weil er sich drei Tage zu spät gemeldet hat oder nicht genug Bewerbungen ausgeführt hat. Dieses Ermessen, das muss unbedingt sofort aufgeschafft werden. Und ich denke mal, wir gehen erst mal diese ganzen Gerüste dran und schauen nach, dass wir irgendwann mal den Schlussstein in das BGE hineinbekommen und dann können wir das Ganze damit wegziehen. Claudius hat es vor ein paar Monaten mal irgendwann am Stand in Augsburg gesagt. Wenn wir das BGE haben, dann brauchen wir keinen Essen mehr. Dann hat keiner es mehr nötig für 5 Euro oder 3 Euro zu arbeiten. Nur es ist unmöglich, dass ein Mensch heutzutage 40 Stunden oder mehr jede Woche arbeitet und kann nicht nur seine Familie ernähren, sondern muss Transfergeld beantragen. Und das müssen wir abschaffen. Es gibt noch viel zu tun, aber das reicht jetzt erst mal. Ich selber arbeite inzwischen in der Interessenskuche Kandidaten, bei der Fachgruppe Programmentwicklung und 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 mit. Ich habe genug zu tun und das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ich werde versuchen, auch noch den Landkreis Donau-Ried, weil ich muss in meinem Wahlkreis gemeinsam mit den Bundestagsland für die Linie Donau-Ried zusammenarbeiten und da schauen wir jetzt, dass wir diesen Kreis noch mit einem guten Kandidaten gesetzt bekommen, weil ich glaube, David hat es vorhin gesagt, wir müssen den Wahlkampf gemeinsam führen. Da kann nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen, sondern wir sind ein Team, nicht eine Kuh. Fragen werde ich jetzt nicht zulassen, ich werde aber zwei der meist gestellten Fragen hier beantworten. Einmal nach dem Liquid Feedback, ich habe es vor vier Monaten beantragt, das funktioniert immer noch nicht und darum wäre ich jetzt fast dafür, dass die Piraten das Feedback erstmal aussetzen, weil es kann nicht sein, dass die elfte und mehr der Piraten gar keinen Zugriff drauf hat und da Meinungsbilder gemacht werden. Und das zweite war die meiste Frage von David, Er Er wollte wissen, an welchem Platz ich auf der Liste stehen möchte. Er wollte ich bin Verkäufer und wenn ich anfange, dann möchte ich Nummer eins sagen. schaust 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 So, liebe Piraten, nach Langenwarten, bin ich an der Reihe, nicht ganz so bekannt wie David, deswegen einen Teil meiner Vorstellungszeit vorzustellen. Mein Name ist Martin Blaser, ich komme aus dem Landkreis Winfburg, ich wohne auch dort, ich habe eine Anwaltskanzlei in Winfburg, das sind zwei Rechtsanwälte, ich habe insgesamt fünf Mitarbeiter dort. Zu meiner beruflichen Entwicklung, ich habe, ich konnte irgendwann mal die Nase voll hatten, die ich mit der Bundeswehr, mitgeteilt einfach, ich stehe zur Verfügung, habe dann schnell die Bundeswehr heruntergelissen, damals gab es noch die sogenannte Gewissensentscheidung, Gewissensbefragung, da hat man also in einem Premium, wenn man es wissen, so weit er wollte, ein gewisses Prüfer unterzogen. Das wollte ich nicht, da dachte man, nee, halte es in die Funktur, außerdem könnte das Schießen vielleicht auch Spaß machen, sonst hatten wir schon mal die Gelegenheit, mit einem Maschinengewehr, um zu ballern, hat das als damals 18-Jähriger relativ spannend, deswegen dachte man, mach das nicht, dann ist es vorbei. Es war dann auch so, ich habe dann hinterher eine Werbung gemacht, als Radio- und Kornstechniker, da war immer schnell das Technik-affin, damals gab es da also PC sozusagen, dann waren die Kisten noch die Rosen, außer dem 1064, den hat man sich dann besorgt, aber es waren so wie die Anfänge sozusagen, mit Computer. Danach, nach dieser Lehre, habe ich dann mich entschieden, nicht weiterzumachen in diesem Beruf, die Einkommensmöglichkeiten waren einfach zu schlecht, 1300 Euro für einen ausgelangten, äh, B-Mark, Entschuldigung, für einen ausgelangten, also ich bin Facharbeiter, natürlich, das war ein bisschen wenig, bin dann in die ganz andere Branche eingestiegen, nämlich, äh, Börth, Obingen, also so richtig, äh, das totale Genteil, nicht mehr in der warmen Werkstatt, sondern irgendwie, draußen in Kölz, bei Wimt und Treffer, äh, mit Gerätschaften, die, äh, Tonnen liegen, äh, das habe ich dann, äh, als Motivation hergenommen, weil ich dachte, das ging dann so aus dem Knochen, weil ich dachte, das kann ich nicht so das meines Lebens machen, und habe dann entschlossen, um einen zweiten Bildungsweg einzuschlagen, habe dann abends, als die anderen in die Kneipe gegangen sind, da ist halt das Gewohnwagen in Deutschland unterwegs und ich habe dann die Kneipe und ich habe mich auf, äh, die Aufnahmefügung mit Bayern-Kollegen vorbereitet, habe ich dann auch bestanden, und das war hier in Augsburg, ne, zu Augsburg habe ich auch eine gewisse Beziehung, weil ich, äh, vier Jahre, nur mit der Radkirche zusammengegangen habe, dann habe ich seit Jahren Bayern-Kollegen insgesamt sieben Jahre in Augsburg gewohnt, dann war ich also mit dem Abitur fertig, habe dann überlegt, und da ich mal eine Physik-Leistungsdurfe, eine Physik-Mahnung, war aber von, war mir ja ein bisschen schlecht, das ist ja eine weltbeführende Ausbildung gewesen, äh, hätte ich nicht bezahlt bekommen, wo es überlandet war, okay, dann habe ich für Jura entschieden, ne, das ist ja so was ganz anderes, das heißt, man könnte sagen, das ist ja eine weltbeführende Ausbildung, so eine technische Ausbildung, ne, hab dann in Konstanz, Jura studiert, da unten dann auch, äh, weil es eben alles über Bafik gelaufen ist, mein Geld aufgebessert, so verschiedene Jobs, ich habe also mehrere Monate zusammengerechnet, äh, in der Schweiz gearbeitet, in einer Fensterfabrik, hab dann mein Studium innerhalb, äh, Regenstudienzeit abgeschlossen, das ist ja so ein Bafik mehr, äh, gegeben, ne, also, und ohne groß inhaltendste Studium, ne, kam dann, äh, nach Dünnsburg, äh, im Schnitt, in der Zwischen war noch in... in Konstanz, auch, die, die, die hat sein, zweieinhalb Jahre, da ist man aber, da ist man aber, oder damals war es noch so, Beamter auf Zeit, ne, also zweieinhalb Jahre Beamter, ne, da kommt man dann... Und danach ging es dann nach Winsburg, also da, wo ich dann herkomme, habe dann 1997 angefangen als Rechtsanwalt, als freier Willarbeiter, sogenannte Schein-Selbstständige, mit den entsprechenden Nachteilen, die das Ganze abgibt. Frau Winkler, ich habe dann entschieden, es reicht, das mache ich im Selbstständigen, habe dann die eigene Kanzlei aufgebaut, habe dann tatsächlich, nach der langen Umständigkeit, haben wir auch noch die Selbstbewusstsein mitbekommen, und hat seit fünf Jahren eine eigene Kanzlei in Winsburg, vor zwei Jahren eine Kollegin noch mit dazu genommen, wir wollen jetzt auch noch einen weiteren Kollegen ein oder zwei aufnehmen, und haben jetzt unsere eigene Kanzlei in Winsburg gekauft, haben da jetzt viel Platz, wo wir dann auch mal, in Winsburg, wo ich dann auch mit den Piraten mal so anscheinend machen kann, das kennt jemand. Ich bin Rechtsanwalt, wie gesagt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Strafverteidiger und Seminarleiter, ich schule Betriebsräte im Arbeits- und Betriebsverfahrensrecht. Ich bin da immer sehr nah dran, an dem, was im Unternehmen passiert und was da schiefläuft, sagen wir mal. Die Betriebsräte sind ja schon Menschen, die ihr Herz auf die Zunge tragen. Ich habe da ungefähr 252 pro Jahr, mit denen ich da zu tun habe. Politisch, ich bin, als ich dann zurückkam, aus Konstanz der FDP beigetreten, das war für mich damals das kleinste Übel, das war damals die einzige liberale Partei, ist heute Gott sei Dank anders. Ja, jetzt haben wir die Piraten, ich bin auf die Piraten, hoffen wir zusammengeworden, nachdem einiges schiefgelaufen ist in der FDP letztes Jahr über diesen Artikel hier, aufgrund der Allgemeine, da steht, wie Piraten sind die neue FDP. Ich war 14 Jahre lang Mitglieder der FDP, 13 Jahre lang Kreisvorsitzender, ich habe drei Landtagswahlteamte mitgemacht, vier Bundestagswahlteamte, habe aktiv selber gestaltet, oder mache Antworten für zwei Landtagswahlteamte, drei Bundestagswahlteamte, wahrscheinlich ein bisschen kein Dank, und war zwei Jahre lang Bezirksvorsitzender. Und der Bezirk, die Ackern, wer hat zwar gesagt, da habe ich was, glaube ich, das kennen 17.000 Kinderländer, in zwei Jahren, also das ist schon ein Ding. Ich war im Spitzenkandidat, vom Bundestag, der Schwabe, gibt es vor allem nicht, aber das hat man halt so festgelegt gehabt damals. Und, weil ich gesagt habe, die Partei muss von unten ausgebaut werden, nicht, im Wassertopf und keine Feine oder Arme, die kommunale Basis muss gestaltet werden, wir müssen kommunal tätig werden. Und haben dann, dann war mein Vorschlag, und die anderen haben es auch mit aufgegriffen, dass wir uns verstärkt auf die Gemeinden und den Landkreis konzentrieren. Und haben dann im Wahlkampf, also die Kreistagsliste aufgestellt, 60 Leute haben wir hier drauf, das ist eine ganze Menge, 60, das haben wir auch zusammengekommen, die ganzen Landkreis rauf und runter. Und ich habe gesagt, wenn wir unsere Chancen verbösen wollen, dann sollten wir auch im Klang Ratskandidaten aufstellen. Weil erfahrungsgemäß, da ist einer, der seinen Kopf im Wind hält, und die Stimmen, die der bekommt, die grügt die Liste auch. Und das hat sich, das ist zwar gelesen, das hat sich aber bewahrheitet, wir konnten die Sitze im Kreistag von 2 auf 4 verdoppeln, immerhin. Und mit 4 haben wir Fraktionsstatus. Was das bedeutet, es ist ja zu zweit, da kann man nur hospitieren, wir haben vorher bei der CSU hospitiert, das war für mich das absolute Graue. Ich musste aber feststellen, die FDP ist, die gibt es nicht liberal, sie ist es aber nicht. Und nachdem, der sagt Gott sei Dank, jetzt die zweite Liberale Partei, nämlich die Piraten, habe ich mich entschlossen, den Piraten freizutreten. Und ich muss sagen, ich fühle mich wie nach einer langen Reise, wirkbar, der ist endlich zu Hause angekommen. So endlich muss ich das Gefühl haben, als er dann nach seiner Odyssee nach Italien kam, zurückgekehrt ist. Der muss sich dann sagen, das machen wir hier, das machen wir hier über allem. Die machen wir nicht. Ja, also so viel zu mir, politisch Transparenz. Trennung von Amt und Mandat, hat der Pennen gesagt, da bin ich sehr dafür. Abschaffung der Politikerpensionen, ganz wichtig. Weg mit der Versorgungsmentalität, die da oft hörst. Die FDP forderte Informationsfreiheit im Wahlkampf und hat das Gesetz im Landtag abgehängt. Pensionen, die soll in die Nase wie die anderen ausschaffen. Pensionen, die soll in die Nase wie die anderen ausschaffen. Ansonsten, die soll in die Nase wie die andere ausschaffen werden. Spiele in Römer, 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 Römer. Ich bin ja etwas aufgeregt, deswegen habe ich mir auch so viel aufgeschwungen. Ich bin Freide, bin 25 Jahre alt, bin auch keine große Redenschwängerin, aber davon gibt es in der Politik eh schon genug. Ich bin auch nicht unbedingt ein Witzbott, aber auch komische Geschleidung gibt es in der Politik genug. Ich bin stattdessen und Frequenzspanien-Korrespondentin in den Sprachen Spanisch und Französisch, also für die, die mich noch nicht kennen, in der Fachrichtung Wirtschaft. Ich studiere Jura-Medizier erstes juristisches Staatsexamen und Computer-Geneinstieg auf Magister. Ich arbeite als studentische Hilfskraft in einer Universitätsbibliothek, also auch im öffentlichen Dienst und in einer Großkanzlei auf Größe. Ich bin wenig, habe keine Kinder. Ich bin seit 2009 Pirat, als die Partei noch nicht einmal 2% hatte, noch nicht bei der Bundestagswahl aufgetreten ist. Und besonders angetan hat sie bei der Piratenpartei, dass sie für meine Freiheit einsteht, aber auch generell für Bürgerrechte im 21. Jahrhundert. Toll fand ich auch, dass die Piraten einen transparenten Staat fordern, statt einem wesentlichen Bürgerrechte. Und ich fand, das gesamte Programm, wenn es nicht bleibt, muss ich ja viel beschreiben. Da wurde ich nie bei einer Partei, deswegen musste ich einbekommen. Innerparteilich habe ich Nulens, Wohlens Verantwortung übernommen. 2009-2010 war ich im Landesschiedsgericht, weil es sich sonst keine Kunden macht. Nein, wir hatten bei einem Driftes zu den Kandidaten. Von 2010 bis 2012, im September, war ich die erste Frau im Bayerischen Landesvorstand. Und sonst mache ich relativ viele Sachen, aber kaum einmal sind. Ich finde, dass wir in Bayern eine piratige Politik brauchen. Und das heißt für mich, dass wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung erhalten. Dass wir in ständigen Berliner Lob mit allen Menschen stehen, die vertreten werden. Und die die Gesetzgebung angibt. Ich finde, dass zu einer piratigen Politik auch dazu gehört, dass man vollständig, aber nachvollziehbar, dass politische Handlungen, die politischen Tätigkeiten und die Entscheidungsprozesse offenlegt, wenn es nicht Privater betrifft. Und mit Privaten meine ich nicht gegen die Hasel oder Aktienzeltag, wie es so häufig der Fall ist. Wenn ich etwas wichtig finde, dann geht es mir um die Sache. Parteienpolitik ist mir leider eher unwichtig. Und ich werde auch keine Fragen finden, wie mit irgendwelchen Parteien. Mir ist wichtig, dass wir freiheitlich, gerecht und sozialvertretlich werden. Wir müssen dabei viele befragen. Das heißt die gesamte beibrische Bevölkerung, Experten, Parteipeligen, aber auch Politiker anderer Parteien, die auch erfahren sind. Es geht immer um das jeweilige Anliegen und um die Menschen, die im Förderbergstehen müssen. Und was ich auch sehr wichtig fände, wäre, dass wir Teile der bayerischen Verfassung durchsetzen können. In der bayerischen Verfassung steht, dass in jeder Branche ein Mindestung festgelegt werden kann. Wir sollten das wirklich zu einem Soll machen, wenn wir das schon in der Verfassung drinstehen haben. Was mich in der Politik am meisten bewegt, sind das Justizwesen. Und sonst studiere ich mich nicht nur. Ich habe aber gelernt, dass Recht und Gerechtigkeit manchmal zwei verschiedene Sachen sind. Finanzen interessiert mich, Soziales, als gerade natürlich auch Inneres. Aber eigentlich interessiert mich alles, was möglichst viele Menschen glücklich macht. Und diese Gebiete, die ich gerade genannt habe, die sind mir deswegen so wichtig, weil nur wenn wir eine gerechte Umgebung haben, die Finanzen im Großen wie im Kleinen stimmen, dann ist erst ein richtig gutes Soziales Miteinander. Ja, möglich. Was qualifiziert mich besonders? Ich bin zwar jetzt nicht wahnsinnig alt, auch nicht besonders lebenserfahren, aber ich glaube, dass ich ganz gut Probleme erkennen kann, die politisch gewusst werden müssen. Probleme, die nicht politisch gewusst werden müssen. Die gehen uns auch nicht an, die gehen uns selbst gewusst an. Ich kann mich ziemlich schnell in eine Materie einarbeiten. Und wenn ich von etwas überzeugt bin, habe ich ein wahnsinniges Durchhalte von Minderung. Sonst wäre ich gar nicht aktiv parteimitiert geworden. Ich verstehe mich auch als Vertreterin von Menschen, die sonst keine Stimme haben, die niemand hat. Ich bin ziemlich gut im Zimmer, glaube ich. Für das, was ich tue, erwarte ich auch gar keinen Dank. Ich weiß, dass verdammt viel Arbeit vor uns liegt und ein Mensch allein kann es sowieso nicht schaffen. Aber zusammen ändern wir den Landtag und trugen unser kleines Wissen hier für das Bayern-Gradiker-Wert. Ich bin einig und ich bin einig. Du hast das Thema Mindestlohn angesprochen. Wie sieht es bei dir aus, wie es liegt zu dem Grundeinkommen? Ich sehe, das ist sehr euphorisch. Ich selber kann damit nichts anfangen, kann aber Menschen nachvollziehen, die damit etwas anfangen können. Macht es schnell, damit ihr mich mehr fragen könnt. Wo siehst du dich auf der Liste? Wenn ich antrete, auch auf Platz 1. Kannst du das machen, das Upload? Auf jeden Fall möglichst viel Offenleben von der Arbeit, die ich habe. Womit ich mich gerade beschäftige, womit sich die Fraktion gerade beschäftigt. Und zwar so aufbereitet, dass es wirklich jeder verstehen kann. Natürliche Quellenangaben, ähnlich wie Hausarbeiten oder eine Facharbeit oder ähnliches. Einfach, dass es beständig ist. Was abgeordneten Füge betrifft, habe ich Vorbilder aus dem Bundestag, die tatsächlich ihre Steuererklärung online zur Verfügung stellen. Damit sie wieder einzeln. Kannst du was wirklich tun? Vielen Dank. 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 Also ich finde beispielsweise, dass ich die Politik nicht in die Betten einmische. Was in einem Bett passiert, was da rein in die Situation ist. Ich meine auch so Privatsphäre und Netz und solche Sachen. Dazu muss verdammt viel Aufklärung betrieben werden. Und dass jeder sich selber entscheiden, was er veröffentlicht und wie er es veröffentlicht. Und Aufklärung ist er gut verpflichtet. Vielen Dank. Hallo Schwaben, mein Name ist Thomas Wagner. Ich bin 1981 in der Oberpfalz geboren. Habe 2001 bis 2006 in Oberfranken studiert. Und bin nach einem Job in Baden-Württemberg seit 2010 in Schwaben. Um genau zu sein im Landkreis Lindau, Gemeinde Heim und Kirch. Ich habe eine Ausbildung zum Technischen Assistenten für Informatik gemacht. Bevor ich dann ein Studium zum Textilingenieur angehängt habe. Ich bin im Moment als Produktentwickler und für die Qualitätssicherung in einer Textilfirma angestellt. Seit fünf Jahren bin ich glücklich verheiratet und im Dezember stets erste Kind an. Zusätzlich bin ich nebenbei seit 1995 ehrenamtlich im Roten Kreuz tätig. Und engagiere mich dann. Zum Piraten bin ich 2009 gekommen, in dem ich sie gewählt habe. Mitglied geworden bin ich 2010, nachdem ich dann in Schwaben den Job sicher hatte. Und habe mich dort in Kempten am Stammtisch als erstes aktiv engagiert. Weil das in unserem Bereich der erste Fahrdienst war. In der Zwischenzeit sind wir jetzt bei über zehn Stammtischen in der Region, wo ich regelmäßig mit vor Ort bin. Und versuche unsere Arbeit voranzutreiben. Ich bin seit 2011 im Gezirksforschein mit drin. Erst als Schatzmeister. Und seit diesem Jahr im März als politischer Geschäftsführer. Und einige Projekte, die wir durchgezogen haben, sind zum Beispiel die OB-Wahl in Windau, wo wir versucht haben uns bekannt zu machen. Und dann kam die Berlin-Wahl und wir wussten uns nicht mehr bekannt machen. Hat uns in die Karten gespielt. Und im Landkreis Windau habe ich für Kinderrollensinnende Niederbücher verteilt. Und dort zwei Urlaubstage reingeräumt, nur um die zu verteilen. Was ich sonst noch so alles mache, kann man nachlesen. Es wäre jetzt zu viel, da jetzt alles aufzuzählen. Hauptsächlich bin ich als Reisender für den Bezirk unterwegs, auf den verschiedensten Veranstaltungen, wenn es darum geht, Bayern weiter in der Vernetzung tätig zu sein. Aber das nur nebenbei. Worum es heute geht, ist ja die Aufstellung der Kandidaten. Und da sind für mich ein paar Punkte, was für mich entscheidend ist, wie ich einen Kandidaten wählen würde. Zum einen, es muss ein Interesse da sein, für die Themen einzustehen, für die Probleme der Leute da zu sein und nicht nur das eigene Thema irgendwo beackern wollen und das durchzusetzen. Man muss die Zeit haben für den Wahlkampf, weil es bringt nichts, am Wochenende drei, vier Stunden sich an den Info-Stand zu stellen. Einmal wie immer. Wir müssen jetzt anfangen, wirklich tagtäglich vor Ort irgendwo zu sein, uns zu engagieren, mitzuarbeiten und jetzt schon mit 20, 30 Stunden in der Woche rechnen, die auf uns zukommen. Es müssen sich die Leute bewusst sein, die da kandidieren. Und in der heißen Phase rechnen wir mit 60 bis 80 Stunden pro Woche, die investiert werden müssen. Dementsprechend müssen die Leute belastbar sein. Sie sollten Erfahrungen mitbringen in den Bereichen. Sie sollten sich engagieren und teamfähig sein. Alle anderen Sachen, wie Transparenz, basisdemokratische Arbeit, das sind für mich privatische Grundsätze, die sowieso jeder hat, der da schon gewählt worden ist und die jeder haben muss, weil sonst würde er sich für nicht einsetzen. Ich will diese Punkte nicht selber beurteilen und einschätzen. Es müssen andere einschätzen, weil Teamfähigkeit kann man nicht selber sehen. Das muss das Team, mit dem man zusammen arbeitet, demjenigen bescheinigen, ob man es hat oder nicht. Warum ich in den Land haben will? Ich habe schon gesagt, in der Oberpfalz geboren, in Oberfranken studiert und jetzt in Schwaben heimisch. Ich kenne in der Oberpfalz das Problem, dass Krankenhäuser geschlossen werden, dass meine Großmutter jetzt 35 Kilometer zum nächsten Krankenhaus hat, wenn irgendwas wäre. Ich sehe in der Oberfranken, wie die Orte aussterben und die Leute wegziehen, weil die Industrie wegbricht. Und das sind alles Punkte, wo wir uns irgendwo engagieren müssen, irgendwas machen müssen. Und das sind Themen, für die ich mich gerne mit einsetzen würde. Neben den Themen wie Bildung, Transparenz und auch die Verhinderung eines Bayernkoreaners, dass es so etwas nicht mehr gibt. Zu der Geschichte Koalitionen, falls von Klaudis die Frage wieder kommt. Koalitionen sehen, für uns noch nicht in Frage kommend, wir sollten sachbezogen bei Themen mitarbeiten, und uns nicht festlegen auf irgendeine feste Bindung und da faule Kompromisse eingehen. Wenn uns Themen wichtig sind, dann sollten wir hinter diesen Themen stehen und nicht uns von einem anderen dafür andere Sachen verbieten lassen. Was wichtig ist, es müssen alle wieder einsparen. Die 13 Kandidaten werden es allein nicht brachten. Sie brauchen vor Ort die Unterstützung für ihre Stimmkreise, und sie brauchen schwabenweit die Unterstützung von allen Leuten. Deswegen werdet ihr alle gefordert sein. Ihr werdet gebraucht werden, egal wo und wann, für die Mitarbeit, dass wir als Team die ganze Aktion durchziehen und das Ganze rocken. Und dann schauen, wer reinkommt. Ich finde, wir haben sehr viele gute Kandidaten, die sich in dem Bereich um einen Spitzenplatz bewerben. Und es gibt auch viele, die die Qualifikation mitbringen. Unter anderem habe ich auch Rhetorik-Kurs von der Seidel-Stiftung gelegt. Ich habe durch meine Tätigkeit im Roten Holz schon entsprechende geraksiengerechte Unterrichtsgestaltung als Seminare gelegt, um Themen sinnvoll zu vermitteln. Deswegen stelle ich mich da auch zur Verfügung, auf den vorderen Plätzen mitzuarbeiten, um in ganz Schwaben aktiv zu sein. Mein Ziel ist es, fünf Monate vor der Wahl anzufangen, in ganz Schwaben Wahlkampf zu treiben, wenn ihr das wollt. Ich habe die Zeit und die Möglichkeiten, das für die fünf Monate vor der Wahl durchzuziehen. Meine Eltern schauen immer so viel zu. Die werden dann als A-Besitter mit eingespannt werden und dürfen dann gerne zum Besuch vorbeikommen. Das war soweit von mir. Sonst stehe ich gerne zur Abenteuerung. Ich habe jetzt die Tätigkeit noch identifiziert. So, dann fange ich auch mit den Worten bis zu. Applaus Ich hoffe ich so aus. Sonst Dich habe ich jetzt Sonst Schüsse Wir haben Nach einer Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Losglück! Zum zweiten. Ich habe viele tolle Sachen gehört als Einzelthemen. Ich habe eine tolle Wahlkampfrede gehört. Das dritte ist, was mich interessiert, das nennt sich Demokratie. Es sollte eigentlich so sein, dass uns dessen bewusst wird, dass wir alle demnächst sind. Wir den Einzelthemen. Die Politik sollte von unten nach oben gestaltet werden und nicht, wie es jetzt ist, von oben nach unten. Ich lasse mich ungern bevormunden. Das war's. Ich danke für heute Morgen. Ich habe eine ganz kurze Erklärung, warum die Namen nicht langstanden sind. Vielleicht habt ihr es gesehen, es waren Scrollbalken an der rechten Seite. Das ist einfach von der Formatierung, dass der Name nicht ganz mit drauf ging. Das war nicht beabsichtigt, dass manchmal der Name nicht sichtbar war. Rauch auf der Polyvara. Servus. Mein Name ist Christian Haas. Im Netz, auch als CH08, wurde der Partie bekannt. Und je nachdem, wer mich frägt, bin ich 28 oder 45 Jahre alt. Ich bin seit fast 20 Jahren mit einer wunderbaren Frau verheilatet. Und an der Stelle bedanke ich mich mal für den zeitlichen Spielraum, was meine Frau mir gibt. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter mit 16 und einen Sohn mit 19. Und zu unserer Familie gehören genauso gut zwei Hunde und eine Katze, aber keine Maus und keine Mäuse. Ich bin gelernte großen Aufmerksamkeit als Kaufmann, war fast 15 Jahre als IT-Systemadministrator tätig und bin zur Zeit, als Senior von Zeiten bei einer IT-Security-Furma angestellt. Wie so viele bin ich 2009 zu den Piraten gekommen. Damals, TM, lernte ich Piraten wie Andreas Herz, Billy Gasser, Jörg Molly und viele, viele andere Piraten kennen, die es mir leicht machten, mich aktiv einzubringen. Ich möchte uns alle nicht damit langweilen, was ich schon alles mit und für die Piraten getan habe. Viel interessanter, für was stehe ich und was könnt ihr von mir warten? Bildung, Bayern, Bürgerrechte, dafür stehe ich. Und sollten wir in den Landtag einziehen, dann verspreche ich, wir Piraten werden eine echte Opposition werden und nicht machtgierige Berufspolitiker mit nur Aussagen, die Wähler beruhigen sollen. Wir Bayern haben es endlich verdient, auch eine richtige Opposition zu bekommen. Ja, wir haben viele Positionen, die erfährungsbedürftig sind. Wir werden aber mit unserem Tun und mit unserem Handeln allen bisherigen Parteien zeigen, was es heißt, Versprechen auch zu halten. Denn was haben wir denn für Politiker? Vor kurzem wurde der Reichtum- und Armutsreport wurde der Bundesregierung vorgestellt. Die Aussagen vom kleinen Mösler, dem Gartenzwerg im Finanzvorgarten von Ackermann & Co. sind ein Schlag ins Gesicht von jedem, der nicht reich und zuvorreich ist. Und dann meine Lieblinge, Merkel und Seehofer, die haben auch immer drei Meilen. Die von gestern, die von heute und die von morgen. Darum braucht Bayern Piraten. Bildung, Bayern, Bürgerrechte sind ein guter Anfang. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen. Mein Name ist Christian Haas und ich bin Pirat. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja nochmal eine Frage zur Frage Koalition Leihe zu anderen Parteien. Wie siehst du deine Rolle der primaten Parteien im deutschen Land? Also ich sehe es im Moment als befrüht an, diese Frage tatsächlich beantworten zu können. Also ich würde mich wirklich erst dann, ich sage noch Mitte nächsten Jahres dazu, zu einer Aussage hinweisen lassen. Spricht sich ja schnell um das die vierte Auftragung. Wie viel hast du im Moment aktiv? Aktiv? Ich bin ungefähr zehn. Zwei im Landtag. Also im Land, zwei im Landtag. Einmal als Finanzrat, da vertrete ich den LV Bayern im Finanzrat von der Grabenverteid. Dann bin ich bildungspolitischer Sprecher. Diese Beauftragung wurde auch mit dem deutschen Vorstand vom LV Bayern nochmal bestätigt. Und im Bezirk habe ich noch eine Beauftragung für Wahlkampforganisation. Ich habe noch als Schatzmeister kommissarisch im Kreisverband Eichhardt-Picke. Aber da habe ich den Beschluss noch da. Ich höre das nur vom Hörensagen. Ich bin nass. Ich bin zu weit, ich weiß es nicht. Werden wir jetzt neu, aber ich schaue nach. Wenn es so rausgeht, wie ich annehme, dass in einem Jahr in Bayern ein Regenbogenring wird, also rupflüge Orange, und ein Mann von deinen Kompetenzen mit dabei ist, wärst du bereit, ein Ministeramt zu übernehmen und wenn ja welches? Also diese Frage wurde mir schon mal gestellt. Ich habe sie für mich selber noch nicht beantwortet. Weil ich persönlich nicht glaube, dass sie uns ein Ministeramt zur Verfügung stellt. Glaube ich nicht. Wenn es eine Koalition gibt, dann wird es auch ein Ministeramt zu übernehmen. Wir müssen aber schauen, welche Kandidaten auch von den Anweserken da sind. Was ich mir vorstellen könnte, wäre natürlich ein Bildungsminister oder ein Minister für Hochschule Wissenschaft. Wir können ja weiterfragen. Welche Ausschüsse würdest du gerne reingehen? Du kennst ja bestimmt auch schon alle. Ich kenne die Klappen. Also Präferenzen haben wir natürlich Richtung Bildung. Ganz klar. Da haben wir ja zwei Ausschüsse. Einmal für Schule, einmal für Hochschule. Was ich mir vorstellen könnte, wer braucht nur Wirtschaft und Finanzen. Und wenn tatsächlich keiner sich für einen bestimmten Ausschuss traut oder nicht will, dann würde ich auch die Landwirtschaft und Forstwirtschaft nehmen. Christian. Ja. Ich habe jetzt da immer schön die Frage gestellt. Möchtest du bei den ersten Plätzen sagen? Ich finde, das ist eine dumme Frage. Wichtige, wenn wir da hinten, dass wir die Hauptplanung sind. Das ist nicht so gut. Das musst du die Leute fragen, die diese Frage gestellt haben. Was ist das? Ich habe die Frage nicht gestellt. Ich habe die Antwort. Ich habe natürlich stehen für jeden Platz zur Verfügung. Auch für Platz 1, 2, 3 oder 13. Ich habe keinen Einfluss drauf. Das wollte ich ja. Danke. Als bildungspolitischer Sprecher vom LV gestern mit dem Landesbildungsprogramm und in den Ansätzen, die sich da entwickeln, kannst du schon mal ungefähr überweisen, wo da die Reise deiner Meinung nach hingeht. Auch so ein bisschen in Abgrenzung zu den Programmen anderer Parteien. Also, worin werden wir uns in einem zukünftigen Landeswahlprogramm unterscheiden? Wo sind die Wachenschneidungen? Wie sieht die Wachenschneidungen? Also, die aktuellen Anträge können wir da ungefähr so umweisen. Es geht in Richtung Bildungsföderalismus in Deutschland abzubauen. Wir brauchen bestimmte zentrale Standards, wie zum Beispiel bei der Lehrerausbildung. Wir brauchen, aber diese Ansätze haben jetzt die KMK, also die Kultusminister, auch schon erkannt. Und wir werden ab übernächsten Jahr schon bundeseinheitliche Fragestellungen beim Abenteuer haben. Also, in diese Richtung wird es gehen. Wo wir jetzt in Maxi und den sehr, sehr schönen Antrag geschlossen haben, geht es um digitale und rein zugängliche Medien. Gerade in der Bildung. Wir hatten ja 2010 schon mal einen ähnlichen Antrag verabschiedet. Und den haben wir jetzt abgelöst durch den neuen von der Maxi. Also, wir werden uns nicht auf eine Schulart festlegen. Das ist optimistisch. Sondern wir möchten eigentlich, das ist mein persönliches Ziel, dass wir das den Beteiligten, vielleicht den Lehrern, die Schüler, die Eltern und auch den Kommunen und Sachaufgangsträgern, es freistellen, welche ideale, für sie ideale Schulformen, sie würde noch mal für sich eben entdecken. Das geht meiner Meinung nach nicht nur darum, dass wir die Zeit besagen, dass wir dann nicht nur haben, sondern auch eine gleiche Bewertung. Ja, das geht es ja. Also, es wird zum Beispiel sieben Rachen, aber in die Richtung geht es nicht nur. Aber das hat die Kahn-Kahri schon. Achso. Bist du gekommen, Herr? Ja, Bist du gekommen, Herr Claudius? Bist du gekommen, Herr Claudius? Bist du gekommen, Herr Claudius? Ja, das ist nicht so ein Ausbüttchen. Bist du gekommen, Herr Claudius? Bist du сказал, Herr Claudius? Bist du gekommen, Herr Claudius? Bist du deinen Füßen und okay? Bist du beim Männern? Bist du nicht? Bist du nicht? Ja. Bist du nicht? Bist du? Bist du nie? Bist du, wirst du mal? Wie, du hast kein Foto von mir? Ja. Hast du schon Tüse? Es gibt von jedem ein Foto. Also, das war soweit die Vorstellung. Damit haben wir einen Punkt auf dieser Liste abgearbeitet. Moment. Nur schnell die Frage, gibt es jemanden, der sich nicht vorstellen konnte? Wer auch noch ein Kandidat ist. Oder lass mich nicht, dass wir auch. Claudius, denkst du auch noch Fragen? Ja, das ist genau gerade der nächste Punkt. Ich muss alle Kandidaten, alle Landtagskandidaten, die sich jetzt gerade vorgestellt haben, noch einmal fragen. Hattet ihr den Eindruck, dass ihr ausreichend Gelegenheit zur Vorstellung hattet? Also der Werner nicht. Nee, der Werner nicht. Ja, ich sehe noch nicht von allen Leuten, die sich vorgestellt haben, diese Idee, was das ging. Was, was, was? Kandidaten. Ich möchte dort nur die Kandidaten einmal sehen. Meint ihr, ihr habt euch vorstellen können. Gut. Das ist richtig. Dann stelle ich die Frage andersrum. Gibt es jemanden, der der Auffassung ist, dass er sich nicht genug hat vorstellen können? Das wird ignoriert. Einer der Auffassung. Aber da warst du wirklich ernsthaft nochmal nach vorne. Okay. Dann kommen wir zur Frage an die Versammlung. Glaubt die Versammlung, dass die Kandidaten sich haben, ausreichend vorstellen können? Und das ist ja aufgeklärt. Sehr gut. Jetzt sind wir in der wundervollen Situation, dass alle unsere Zeitfarbe, Bemühungen, die wir in der Vorbereitung dieser Versammlung so richtig haben auflaufen lassen und richtig alles zusammengebündet haben, so gut funktioniert haben, dass wir viel mehr Zeit haben, als wir eigentlich gedacht haben am Anfang der Versammlung. Darum habe ich einen Geordner an, der sofort behandelt werden muss. Ich bitte darum, dass wir jetzt die Zeit noch nutzen, dass nochmal alle Kandidaten, wo Bezirka und Landtag die Möglichkeit haben, nochmal Fragen zu beantworten. Das muss noch die Zeit einigen, die Uhrzeit und so weiter, bis wohin wir, dass noch die Fragen ermöglichen. Die Idee ist also, nochmal eine weitere Frage rund an alle, wenn ich die wirklich verstanden habe, Landtagskandidaten zu haben. Alle, alle. Land und Bezirk generell, das wäre für die Zeit noch nutzen, wenn noch Fragen da sind. Okay. Dann ist der EU-Antrag gestellt, Gibt es dazu eine Gegenrede? Gibt es eine begründete Gegenrede? Ich meine, das haben jetzt schon Leute in die roten Karten oben, mag jemand was dazu sagen? Ja, eigentlich haben wir ja gerade abgestimmt. Die Kandidaten haben da von sich aus gesagt, sie hatten die nötige Zeit, sie hat Wortsinstellungen, die Fragen zum Beantworten. Und deswegen würde ich sagen, dann stimmen wir jetzt ab. Wer ist dafür, dass wir eine weitere Fragerunde so an alle machen? Ich muss jetzt mal meine Unterlagen. Okay. Ich sehe eine Mehrheit, die das ablehnt. Dann fahren wir weiter mit der Tagesordnung, wie gehabt. Kommen wir nämlich zur Wahl. Die erste Wahl, die jetzt ansteht, ist erst mal die Wahl der reinen Wahlkreisbewerber. Und ich kann den Klural einfach streichen. Wir haben nämlich nur einen Wahlkreisbewerber und auch nur für die Bezirkelliste. Damit ist einfach die Frage, wollen wir, jetzt ist noch ein Name, denn wollt ihr den Robert, obwohl er kein Direktmandat hat, auf der Liste zum Bezirkstag draufstehen haben oder nicht? Das geht leider, ich schaue es mir gar nicht an, das geht leider nur in geheimer Abstimmung, weil es im Gesetz so drin steht. Das heißt, wir kommen jetzt zur ersten geheimen Wahl des Tages. Dazu bitte ich, ich erkläre kurz das Wahlverfahren. Das ist das dem vereinfachtste Wahlverfahren. Wir nehmen den Stimmzettel 1 und kreuzen Ja an für den Fall, dass wir ihn auf der Liste haben wollen und Nein an für den Fall, dass wir ihn nicht haben wollen. Er braucht die Mehrheit der akkreditierten Piraten, um auf die Liste zu kommen. Es gibt keinen Wahlhelfer. Ich muss es halt selber machen. Aber ich bestimme einfach von Leuten, die mir helfen. Ich brauche erst mal eine Wahlkurne. Bitte kurze Aufmerksamkeit. Es wird eine leere Wahlurne gezeigt. Nachher ist das Ferdinchen-Rib, ganz genau. Gut. Damit bitte ich jeden, mit seiner grünen Stimmkarte nach vorne zu kommen, und zwar nur mit seiner grünen, selber dort nichts draufschreiben, kreuze dann ab und dann, wenn ich abgekratzt habe, könnt ihr den Zettel reinwerfen. Ich eröffne hier mit dem Wahlkampf. Robin. Und welcher Stützel ist das? Im Zettel 1, und nur ja, wenn ein oder kreuz. Ich glaube, jetzt ist es. Er hat sich ziemlich als Ausstellungsfoto verfolgt. Okay, ich bin klar, das geht auch. Achso, okay. Ich sage Kind, bist aber nett. Nein, eigentlich nicht. Ja, ich bin klar, das geht auch nicht. Ich habe die Kamera festgestellt. Oh! Da ist der Ronny mit seinen Wädern. Wo ist die Wahlmusik? Dankeschön. Ich bin ja eher enttäuscht, dass keiner mehr grillen wollte. Ich bin ja eher enttäuscht. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, geht doch gleich wieder weiter. Also, letzte Chance. Wer hat noch nicht gewählt? Falls noch jemand seine Stimme abgeben muss, dann soll er das jetzt machen. Dann schließe ich den Wahlgang bei 3, 2, 1, 0 und ziehe mich da rüber zum Ausziehen. Halt, 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 halt. Oh, geschlossen. Die Wahlmusik ist leider zu Hause. Die Wahlmusik ist neu. Geh doch nach Hause. Aber was gemütlich im Hinterzimmer, was? Wahlzettel 1, ja oder nein? Das wüsstest du jetzt gern. Wer will gebeten werden? Ja, klar. Ja. 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 Also, dann versuche ich's nochmal. Mag, ob jemand seine Stimme abgeben. Dann schließe ich den Wahlgang. In 3, 2, 1. Hiermit schließe ich den Wahlgang. Ich zähle draußen aus. Wer zuschauen möchte, kann gern. Es wird öffentlich ausgezählt. Dieses kann. Was? Hä? Die Zeugen an eine Stadt sollten bitte bei der Auszeitung zuschauen. Stimmt. Die zwei Zeugen an eine Stadt für die dazu. Zeugen? Wo war das Problem? Das darfst du uns nicht. Dichstलger Sch Abstattung, Schlag. Sch something. Danke. Vielen Dank. 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 ... 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 Zurückstart. Ola. Silvia Klangführungen mit. Knapp gefolgt von Fritz mit 33 Stimmen. Zu Platz 3 und 4 kommen wir zur Losen. Ich bitte die beiden, nach vorne zu kommen. 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 24, Thomas, 20, Alexander Haas, 17, Werner Scheffner, 15, Marianne Dumke, 8, mit 15 Stimmen auf Platz 8, auf Platz 9, mit 11 Stimmen Thorsten Metz und um Platz 10, 11 und 12, 13 muss wieder mal gelost werden. Ich bitte beide für Platz 10 und um die Plätze 10 und 11 nach vorne. Das ändert ja nichts. Werner, geh doch gut für die L, oder? Aber es reicht ja, es reicht ja vollkommen, wenn du dir eine Nummer suchst, dann ist die andere automatisch woanders. Sind da überhaupt Zweier drin? Die 2 ist gezogen worden, damit L auf Platz 10 und der ist dann auf Platz 11 und dann bitte ich... Das kriegt der Winz nicht mit. Achso. Ja, die Zahl hilft jetzt ja auch nichts mehr. Ja. Jetzt kommen wir zum letzten Losverfahren des heutigen Tages. Hoffentlich. Und bitte beide, loszeilen wir doch nach vorne. Nummer 2. Ja, genau. Jetzt kommen wir zum letzten Wahlgang, hoffentlich zum letzten Wahlgang, also zum möglicherweise letzten Wahlgang, zu den möglicherweise zwei letzten Wahlgänge. Wir brauchen dafür die Stimmzettel. Wir brauchen jetzt die Stimmzettel 2 und 3. Mit Stimmzettel 2 würde man mit Ja die Landtagsliste bestätigen und mit Stimmzettel 3 würde man die Bezirkstagsliste mit Ja bestätigen, jeweils respektiv mit Nein ablegen. Sollte eine der beiden Listen, die zwei Drittel Mehrheit verfehlen, wiederholen wir das Erfugel-Voting. Ich bräuchte dafür jetzt zum einen noch mal die Urne und Michi wieder hinten an der Bezirksurne da. Zwei ist der Landtag, der drei der Bezirkstags. Und ich habe meinen Bezirkstagsverloren. Oh, was war's? Da liegt ein grüner Zettel rum. Das wird doch ein Blutfest sein. Claudia, es macht doch beides da. Was? Macht doch beides vor mir? Ja. Okay. Bringt jemand die andere Urne noch? Geht nur noch vorwärts, okay. Also, Michi würde diesmal seine Urne dort drüben aufbauen. Was müssen wir denn? Ja, nein. Stimmt eigentlich? Michi? Nein? Nein. Es ist sauberer. Oh, ja, einfach. Lassen wir die, wie sauber ist es, die Versammlung abstimmen zu lassen? Oh, ja. Ich verhalte sie nicht. Probier mal, also. Es wurde offensichtlich irgendwie ein GO-Antrag gestellt auf der Verwendung einer Urne. Ja. Da wir keine GO haben, gibt es überhaupt keine GO-Anträge. Aber schön, dass es dem Mitglied des Landes-Schiedsgerichts erst jetzt auffällt. Oh, ja. Ach, ja. Es war wirklich... Wir wiederholen, ich... Wir wiederholen... Wir haben ja auch wiederholen... So, ja. Ach so, nö, das ist alles in Ordnung. Du weißt, zwei Schaut. Er lacht sich wirklich. Was? Es heißt still Arbeit. Damit ist tatsächlich ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Das bin ja ich. Achso, ja, aber das ist ein Geheimnis. Mein Gott, so ein Scheiß. Hier gibt es ein Foto hier. Ich bin sicher. Das beängstigt die Lüge. Das ist ja wie bei der Wahl Filmen. Ja, vor allem bringt das nichts. Du nimmst ein Foto von ihm, gibst es davon und das Ding macht auch... Echt? Ja, sicher. Wie soll ich denn das unterscheiden? Das gibt es auf der Android auch. Echt? Ja. Auch nicht gut. Wenn das so geht, wenn es vorne umfällt, dann bringe ich ab. Das stimmt. Wir raten die so... Ja, genau. Soll ich will, das muss... Soll ich mir sagen? Okay. Soll ich nur sagen. Das passt ja nicht. Damit wäre der Punkt auch. Dann kann man... Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Wie soll ich sagen? Ja. Aber Landtag geht gar nicht. Ich hätte zwei... Also der blaue... ...und der Stiftzeit ist gerade... ...und so ein bisschen schimmelig... ...schimmelig... ...schimmelig... ...und so ein bisschen schieur... ...und so ist also eine gute Nummer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Es wird wieder draußen ausgezählt, jeder kann zugucken, der höchste. Ich bitte die Zeugen von beiden, also alle vier Zeugen, mit zum Auszählen. Nicht zum Auszählen. Ja, das ist gut. Was? 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 Yeah. Was? 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 Goodell. Oh, my gosh. Wir haben mit den aktuellen Pärigen gegeben, die Nettbärigen, die haben wir mit den aktuellen Pärigen gegeben. Ja, klar, immer. Also wenn es jetzt weniger Pärigen gewesen wäre... Na, denke ich. Nein. Aha. Ich glaube nicht, dass jemand den Schocken hat. Ja. 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 Ja, das war's, oder? Ja. Die Köln, die ist sehr sicher. Vielen Dank. 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 Ja, das ist... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 Vielen Dank. 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 Über die... Ein...